so Leute und was geht ab, boin ja, Andreas auf allen Positionen, auf allen sichtlichen Positionen mal gehen wir rein, Spontanspiel mal ein bisschen Just Walkman heute ein bisschen Licht dunkler so ist besser let's go, Leute ich muss noch was einstellen dann machen wir anderes Licht let's go mal ein bisschen Just Walkman einfach Training mal schauen was geht gleich findet man 1, 2, 3 Spieler die Bock haben und die haben auch Torwart, nice ok, wir sind nicht Captain schon mal nicht so cool oh, da ist das Einzimmer da ist das Einzimmer, Leute Marquez nice, starker Spieler eiskalt, stark ich spiele einfach mal ein bisschen mit das war natürlich Risiko aber egal heiß Moins Maler, was geht ab und das ist ein Torwart Training heute Torwart geht halt immer klar, auch spontan spielen für mich macht das eigentlich keinen Unterschied ein bisschen spontan spielen einfacher oh, 11 Meter 11 Meter wie macht das eigentlich spontan spielen mindestens genauso Spaß wenn es sogar mehr da haben sie fast schon Glück dass es da nicht mehr gibt sehe ich auch so, Wolf gibt viele Schiris die greifen dazu gelten wir verwandeln die Schmerzen ja, das ist klar, noch mal guck mal, das ist mich abgelenkt der Chat, alter war nicht gehalten danke dir die auch schönen Abend noch das geht ja gut los direkt Elfmeter erster Torschuss Elfmeter heute richtig gut richtig gut wie geht's dir an Dress? was glaube ich dir? let's go oh, Pfosten oder? hab ich das falsch gehört? warte, ist die Saison gerade oh alle, alle alle sie drängen auf die Führung nicht zu übersehen aber sie bleiben geduldig oh schön rausgespielt sehr stark guck mal wie einfach man torisch oder nach vorne kommt jetzt kommt der Schuss so ganz einfaches Spiel kriegen wir bei weitem nicht hin spontan spielen sich das einfacher aus die Leute die sich nie gesehen haben als wenn wir zusammen spielen jetzt ehrlich um den zu halten das ist eine tolle Aktion brauchen ganz ganz dringend neue Spieler let's go das kann so einfach sein guck mal drei Pässe und die sind schon beim gegnerischen Tor vier Pässe fünf Pässe fünf Pässe stehen die Vornamen diesen Pass holen sie sich auf den Meterpunkt ganz einfach ganz einfach mal bester alter Trickser und verliert den Ball das sind mir die Liebsten die irgendwelche Skills machen weil das bringt einfach gar nichts nicht ich weiß nicht warum man sowas macht das bringt gar nichts das geht ab stark guck mal wie einfach das ist ich spiele ich spiele spontan das Spiel und brauche vier fünf Pässe bis sie zum freien Torschuss kommen die noch nie zusammen gespielt haben und wir spielen was sie im zweiten dritten Tag zusammen und schaffen es nicht mal nach vorne zu kommen Junge wie spät du antwortest einfach diese 10 Stunden Delay guck dir mal an wie man FIFA spielt damit du auch bisschen was lernst spontan spiel spiel besser als wir alter ich schwöre die kennen sich nicht haben noch nie zusammengespielt wir spielen besser als wir aber nicht in FIFA nichts machst du Cashy hebt mal nicht so ab stark stark doch 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 ich spielst nur rum und verlierst den Ball guck mal guck mal die haben zwei drei Pässe und die kennen sich gar nicht und kommen vorne bis zum Elfmeterpunkt guck mal wie die spielen alter die haben sich nie gesehen vorher das spielen wir doch gar nicht darum geht es doch gar nicht jawohl 3-1 hier geht es aber nicht im Ultimate Team sondern Pro Clubs Ultimate Team spielt doch kein Mensch also Bones hier in meinem Verein das ist nicht das Thema Cashy das Thema ist Pro Clubs das ist das FC NERCO nicht Ultimate Team wir haben auf jeden Fall viel für uns ja Ultimate Team ist doch gar nicht das Thema das ist doch total unwichtig ja das stimmt gerade ja bis zum Morgen jetzt die Schule aha gelb gelb du bist blind ich bin alt wir haben alle unsere ach du scheiße ist nicht so gut wir haben noch Kruppel du blind ich halt Mala groß und dick du bist als Kind als Spieler jetzt versuchen sie es machen das gut ganz energisch da müssen wir genau hinschauen die Chance jetzt oh das Blatt aber bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben hat es leider gefehlt er ist das Spiel da 1 schon mal nicht schlecht und jetzt wird es Einfluss geben Goalkeeper hatte heute ein Test in der Schule gefällt das gefühlt hat niemand gelernt er ist ja selber schuld Andreas würde ich sagen wenn es schlecht gelaufen ist würde ich sagen dumm gelaufen und selber schuld wenn es gut gelaufen ist ist ja alles gut muss ja jeder selber für sich entscheiden Andreas ist ja ist ja also die Zukunft desjenigen der den Test schreibt oder die Prüfung jeder entscheidet du schreibst ja trotzdem gute Noten deswegen sage ich ja wenn du nicht lernst das läuft gut ist ja alles super wenn es dann schlecht läuft hast du halt nicht gehabt ich bin selber schuld unser Auszubildender der war weit bester in der ganzen Innung Gesellenprüfung und der hat auch nie gelernt aber er konnte es halt jetzt 3-1 erstes Spiel ja yes nice direkt Sieg Sieg next game ja wann kommst du Andreas nächstes Spiel läuft schon wie gesagt Andreas wir spielen halt nur spontan Spiel und du bist in der zweiten Mannschaft jetzt mit Jesus quasi wir haben jetzt zweite Mannschaft zwei Stürmer in der ersten haben wir keinen Stürmer das ist der Stand gerade und ja wenn Jesus weiter so extrem inaktiv bleibt dann müssen wir mal schauen ich werde da ein bisschen härter durchgreifen wer der nicht antwortet bis 18 Uhr der spielt gar nicht mit kommt direkt in die zweite wenn da auch inaktiv wird dann rausgeschmissen da werden wir jetzt hart durchgreifen also es werden nur noch bevorzugt aktive Leute alles andere fällt durchs Raster und wird dann am Ende des Tages dann auch rausgeschmissen aber inaktiv brauchen wir ja nicht haben wir ja Bots das ist der Anpfiff das Spiel läuft ja du kannst nach dem Spiel mit einsteigen aber wie gesagt spontan spielen nur Cutlets Cutlets Cashy hab geguckt ich wollte Buffon nennen mein Spieler gibt's gar nicht es gibt's voll wenig Rufnamen für Torwart Alter ah ja Cashy wir brauchen aber Watchtime Opponenten ist nicht so schwierig Watchtime was ist jetzt werde ich bisschen mehr FIFA Stream müssen es wird sich jetzt bisschen vermehrt sein die nächste Zeit der Angriff jetzt das machen sie gut spontan Spiel halt die Szene damit also beendet la 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 ja was schwer Watchtime schwer Watchtime ist echt schwer da muss ich echt regelmäßiger streamen also öfter wenn ich regelmäßig streamen schaffe ich das ja aber ich muss dann mindestens jeden zweiten Tag Ikario du lebst auch Alter wie geht's dir schön dass du da bist du bist auch immer zuverlässig da auch wenn du nur kurz hallo sagst ich freue mich dich zu sehen ja nimmt sich einfach mal im Herz Schuss aus der Distanz aber keine große Tor ne das war dann am Ende doch zu unpräzise da hat eine Menge gefehlt Ball wird abgefangen boah grad kann ich nicht also jetzt habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock gegen das Team spielt ja eh nicht wenn ihr spielen würdet ja aber so jetzt gerade macht das keinen Sinn aber dann quatsche ich ja mit irgendjemandem im Voice und der Stream kriegt das halt gar nicht mit bringt da nix nach dem Stream gar nicht was hört sich im Stream kackern wenn Discord nicht im Stream ist und wir quatschen also willst du mitzocken oder was cachen bist du auch immer süchtig du sagst du kannst nicht und dann siehst du wenn ich spiele dann kommst du doch einfach nur süchtig erwarte nach dem Spiel dann komme ich dann aber ins Feld mit dir rein oder oha Junge aber ich komm dann mit dir mit ins Feld weil du hast ja gestern gesehen du alleine mit Bots hab keinen Sinn gemacht ich schwöre ich kann nicht Chat lesen und mich konzentrieren im Torwart das funktioniert nicht du musst komplett Fokus auf Feld haben ja ok eben nach dem Spiel du kannst ja schon in die Aufstellung gehen dann komme ich gleich Discord dann kann man ein bisschen probieren diese abgeprallten Bälle wenn geschossen wird du suchst dir schon eine Ecke aus und dann prallt er ab das ist so eklig ach Lava Nicario echt wo hast du das Spiel denn noch neuesten Generation Konsole oder PC sorry falls du schon mal gesagt haben solltest ich hab's vergessen aber hast du denn noch Discord Nicario das ist halt auch wichtig oh schön richtig 1-1 vor der Halbzeit stark stark 1-1 wieder unentschieden der Spielverlauf ist völlig offen stark und damit ist diese erste Spielhälfte hier in Anfield beendet ich gehe morgen morgen auch wieder arbeiten probieren ich bin zwar noch krank geschrieben aber egal ich gehe trotzdem gerade habe ich es noch auf PC aber wahrscheinlich nächsten Stream schon auf PC war mega mega perfekt super dann kommst du dann wenn du so weit bist Nicario sagst du Bescheid packen wir Discord in den FC Nerko Kanal und dann können wir da auch quatschen hocken alles klar perfekt 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 wir stehen alleine direkt vor meinem Tor Alter guck mal wie schön die das ausspielen Smala ist beschäftigt denke ich man Nicario der war kurz da hat hallo gesagt aber der zockt vielleicht auch irgendwas oder ist beim umzuhelfen oder so Smala hat ja Umzug gerade mit Pi zu tun Wolf Latzen ist auch live die netten Dudes Kisch ich gehe mal Bablarzen rein lass mal Gruß von mir auch da grüß sie mal im Namen von FC Nerko es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf bei dem Aus gut dazwischen gegangen Steve aus Berlin geiler Name aus Tiefe so ein kleiner wickeliger Typ der fummelt und jeden Ball verkackt der jetzt den Ball hat so nicht ruhig über dem Torwart so ein hyperaktiver 1 40 Spieler Perfekt er danke dir hast gesagt dass wir auch spielen guck mal der Typ der ist so dumm alter der ist so dumm alter ok perfekt 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 Bist du denn bereit, Cashy schon? Andreas, du auch. Geh schon mal in die Mannschaft und alles. Mit Cashy zusammen. Wir warten gleich noch eine Stunde auf dich. Ja, setz dich schön durch. Perfekt. Andreas, du auch, oder? Nicario. Ich packe mal eben auf, Cashy. Maler, ich. Und unterteile das. Wir haben erste und zweite Mannschaft, Nicario. Aber es sind sehr wenig Leute. Okay, Andreas, perfekt. Also zweite Mannschaft sind Andreas und Jesus. Zwei Stürmer. Erste Mannschaft haben wir keinen Stürmer. Erste Mannschaft sind ich. Cashy, Smala. War da noch jemand? Ich Cashy, Smala. Ja, das war es schon. Ich Cashy, Smala, eigentlich nur erste Mannschaft. Wir waren ein paar mehr, Nicario. Aber wir haben uns von ein paar getrennt. Einer ist von alleine gegangen. Weil er keinen Druck wollte. Weil ich erwarte schon, dass man sich meldet und sowas alles. Bis 18 Uhr. Wenn wir jetzt Anfrage, Discord stellen, Nicario. Dann ist immer bis 18 Uhr antworten. Ja, Training, nein, Training. Und wenn der sich nicht meldet, dann kommt er jetzt in die zweite Mannschaft. Wenn immer noch inaktiv, dann wird er rausgeschmissen. Oh, Discord. Oh, Discord. Warte, ich öffne ihn im Discord, Leute. Oh, Discord. Oh, Discord. Oh, Discord. Oh, Discord. Oh, Discord. Oh, Discord. Hallo, Mäde. Hallo, meine Süßen. Warte mal. Oh, okay. Du bist leiser. Ich muss Tor an den Spieler nehmen. Cashy-Spieler. Ganz wichtig. Das habt ihr alle geschrieben in Discord, alle, Management. Ihr habt gesehen, voll viel, Alter. 20. Obwohl, du bist drinnen. Obwohl, du bist drinnen. Ja, ich bin drinnen, ja. Oh mein Gott, ich habe mit dem Stream eben nur geguckt. Oh mein Gott, ich habe schon richtig ein Hellscast backgekriegt. Junge, Junge, Junge. Mit meiner, ich bin Smala, Jun plus 2. Ja, ich bin, ich war beraten mit Smala, seiner Alten. Mirko geht ja nicht mehr arbeiten, hat Ader ja geleaktet, ja. Ja, morgen wieder. Heute mal Vorgesetzten angerufen und gesagt, ich bin zwar noch krank geschrieben, aber ich probiere. Bin ich erst zweiter, du bist erst Nicario, zweite Mannschaft. Dann müssen wir erst mal gucken, dass das alles, dass du dich meldest, dass du aktiv bist. Aber das heißt nicht, dass wir spielen trotzdem meistens alles zusammen, Nicario. Es sei denn, es passiert was Wichtiges wie Playoffs oder so, dann wieder nur die stärksten Spieler spielen. Du kannst ein Beispiel an mir nehmen, ich bin meistens sehr aktiv. Genau. Wenn ich sogar immer. Ja. Ich muss nicht so aktiv sein wie ich jetzt, bei mir ist das bloß noch, weil ich so gesehen einen Mod nebenbei mache, bei Nerko, aber ja, dass du wenigstens dich anmeldest, abmeldest zum Training. Genau. Man hat ja bis 18 Uhr Zeit, wenn ich sehe, da wird nicht geantwortet, dann geht es in die zweite Mannschaft. Wenn dann immer noch nicht geantwortet wird, geht es dann raus. Weil man entscheidet sich ja immerhin hier zu spielen. Genau. Man muss schon Bereitschaft sein. Das ist ganz wichtig. Der Viva ist wie, als wenn du... Der hat mich voll weggehauen, der war gar kein Ball, alter. Bombeckler. Bombeckler. Mit der 69, wieder typisch, oder? Schieß drauf. Schade. Ich glaube, der ist nicht schlechter Torwart. Wollte ja sagen, wo ist Smaller, aber der ist ja gar nicht dabei. Der ist ja Baden. Seiner... Seiner linken Hand. Ne, ich bin Baden gewesen, Derko. Ach du, ich dachte, der... Ich war mit Smaller seiner alten Bahn, habe ich gesagt. Oh, Andreas. Es bleibt bei 13-0 und ich glaube, da wird der... Andreas, das sind die Gründe, warum du zweiter Mannschaft bist, Bruder. Und solche Bälle, die müssen wir wenigstens aufs Tor bringen, alter. Als Stürmer. Sorry, ich fall da nicht zu dir. Andreas, solche Bälle, die müssen aufs Tor kommen, alter. Ist nicht schlimm, wenn er nicht reingeht, aber wenigstens Tor treffen. Als Stürmer. Als Stürmer. Ja. Hast du mit ihm geredet wie ein Skill? Ich sag immer, die Leute sollen mich anschreiben, so. Ich meine, das Ding ist, ich hab ja auch nicht... Ich kann mich ja nicht so... Ja, Lungen. Er muss das ja von sichern... Ja, er muss ja schon wollen. Ich mach das alleine. Ja, ja. Stark, Mann. Was für ein starker Schuss. Die Räuser, ne, ist mein Name. Ach, schön, richtig. Die macht's halt nicht immer rein. Ja, weil ich auch ein freudiger bin in dem Moment reicht. Ich weiß, aus welcher Distanz die Auslande sind immer reingebaut. Okay, aber weiter, aber Kirsche weiter konzentriert, ne? Ja, ich muss... Heute sehe ich aber ein bisschen mehr als gestern. Ja. Wollte in der Schule nichts lesen können. Wir mussten so Zettelarbeit machen in einem Block. Oh, ich hasse sowas. Ich konnte einfach nichts lesen, ne? Nichts. Auch wenn wir mal so Weiterbildung haben von Porsche und der Klatsch, der da so ein Zettel hin mit 20 Aufgaben ist das Kotzen, Alter. Ich bin kein Theoretiker. Ich bin Handwerker. Geh alleine. Ja, geh alleine. Ja, ja, den musst du alleine machen. Oh, ne. Egal, weiter. Egal, egal. Egal, weiter. Mach kurz, mach kurz. Ich bin wieder Dünste da. Hier und dann schieß. Ecke. Aua. Bumbe, klar. Warte, wieder kurz. Nie lang machen, nie. Nee, Andi ist oder so nicht so unser torgefährlichster Bad. Ne. Andi. Andi. Klasse, schau's jetzt. Oh, hab gefälscht. Mein Gott, ich wollte ins Lange, aber ich hab noch das Kurze gezogen. Das war richtig krass. Also, wo ich gepasst hab, hab ich gedacht, dass du 0 damit gerechnet hast. Ja, hab ich auch. Jetzt bin ich auch so diesen Step nach hinten. Ja. Aber der hat mir fast gefällt, hast du gesehen. Ja. Mal ganz ruhig spielen. Oh, sorry. Auf Defensive hast du gestellt, oder? Äh, warte. Ich muss kurz ein Gefühl zu machen, Licht aus dem jetzt. War bei Wladzen Torwart auch mit drin? Der ist echt stark, der Torwart, ne? Snix. Nee, er spielt jetzt erstmal alleine, hat er gesagt, weil er nicht warten will auf die anderen. Wird die Lerung brauchen. Ich blick aber auch gar nicht, wer da. Snix ist einer der beste Torwart, den ich bis jetzt gesehen hab, ehrlich. Marini ist, also Wladzen, der Hauptdude, das ist der von den TikToks, von den YouTube-Shorts an, glaube ich. Achso, dieser ältere. Ja, und ich glaube, Marini ist dann der, der Pro-Club spielt mit Snix. Ich glaube, und Wladzen ist dann aber auch der, der die Ultimate-Team-Scheiße macht, so gesehen, bei denen. Keine Ahnung, Alter. Das war mir auch schon zu viel im Großteil. Snix ist, glaube ich, da nur so mit drin. Als Pro-Clubs-Torwart und schrägstich alles, irgendwie. Digga, Andi, bitte nicht den Torwart, so einfach komplett aus dem Leben heute. Also, das ist das Rote. Das ist bis jetzt der beste Torwart, den ich so in echt so gesprochen hab. Ja, der ist schon krass, der Mann. Er ist auch jung, wenn er sagt, er geht zur Schule. Nein. Alles gut. Ich weiß nicht, also, ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, ich wollte eigentlich dich anspielen. Und dann ist der wie zu Andi und dann, ja. Na, geil. Autokorrektor. Oh, David, wie geht's dir, mein Bester? Sorry, falls du schon eher geschrieben hast, dass ich das jetzt erst lese. Schön, dass du da bist. Dann kommst du mal wieder, spiel mit uns. Brauchen dich. Komm mal auf den Spielplatz spielen. Mama hat gesagt, ich darf heute ein bisschen länger raus. Oh, oh. Nee. Nein, nicht die Bots. Oh, Smart, Smart, sein Cousin hat geblockt. Ich bin da. Ich mach das mal so. Schön. Ah. Schade, schade. Andi, Druck, 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 Druck. Immer pressen. Der letzte IV ist deine, Andi. Ja. Spiel alleine mit dem Bot. Die sind zu weit weg. Du musst alleine spielen mit dem. Ja, Mann, ich werd blockiert. Ich hab Aids. Schade. Bisschen Tempo mehr, aber es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr rausholen. Ich hab keine Skillpoints. Okay, deshalb hab ich scheiße gefordert. Ich versuche rein zu flanken. Oh, was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Was war das denn, Alter? Sorry, ey. Ey, kein Problem, war geil. Mikario, wenn du so schon redest, dann schaffst du das auch. Genau solche Leute. Einfach, einfach willen und antworten, wenn Training ist das. Ich erwarte nur so ein Smiley hoch oder runter. Ich erwarte noch nicht mal, dass ihr was schreibt. Nicht mal das kriegen die Leute hin. Ey, Nerko. Ich hab direkt wieder mit drei Frauen gejubelt an der Eckfahne, Alter. Das ist wieder typisch. Das Tor war aber auch heklig gerade. Das war echt unnötig. Ja, der Torwart hat anscheinend auch keinen Bock. Ich lass liegen für dich, Nerko. Jetzt bitte. Andi, nicht vorne. Geh alleine. Wenn du dich nicht triffst, bist du weg. Ja, jetzt scheiß drauf, Digga. Egal, das ist aber, ja. Aber ist schon unangenehm, das Ganze. Ich find die drei. Ja, ja. Aber weißt du, ich wollte dich nicht zusehen, Hauptsache. Na, egal, alles gut. Keine Ausrede. Ich weiß, dass hier das unangenehm ist. Ey, Mann, Digga. Warum musst du jedes ins Unangenehme ziehen, Nerko? Ja, es ist doch so. Ich bin ja erfahren. Ich weiß ja, wie sich sowas anfühlt. Ich hab alles schon hinter mir, auch sowas. Ich muss mir mal kurz O-Saft in der Flasche machen. Ich hab das nur so einen Tetra-Pakt, da hab ich keinen Brockdose zu tragen. Ah, ja, aber das ist eklig, Alter. Wenn ich mir jetzt was über die Hose kippe, Digga, da. Prost Mahlzeit, Digga. Ja, Mann, das ist ja nicht gut. Ich hab immer so eine Pyjama-Hose an, Alter, wenn ich zurückke. Richtig viel entspannter als eine so hässlichen Jeans oder so. Ja. Aber ich will auch nicht mehr nackt vor meinem Bildschirm sitzen. Ich bin ganz nackt eigentlich. Nee, nackt ist nicht am besten, Nerko, nee. Platz nicht überträgt einen Livestream. Wie weiter geht's, Leute? Nikario, guck mal, starker Satz vom Nikario im YouTube-Chat. Ja? Das ist Macher, aber Hauptsache, du ziehst da noch durch. Wie gesagt, Nikario, einfach nur antworten, wenn wir Trainingsanfrage stellen. Im Training eigentlich immer so dein Ding machen. Genau. Immer die Kataka da laufen lassen, Auge für den Gegner haben. Ah, für den Mitspieler, geh ich nach oben. Ja, und wie gesagt, Nikario, falls du noch einen Spieler suchst, wie du deinen Skillen solltest oder so, melde dich einfach bei mir. Du hast ja meinen Discord oder so, oder melde dich bei Nerko, sag Nerko Bescheid, wenn du... So, oder schreib einfach in den Chat, Jungs, hat jemand einen Spieler, die und die Position für mich, da würde ich gerne spielen. Dann kann ich gucken, weil ich hab, wie gesagt, viele ausprobiert. Hä? Den wollte ich gar nicht machen. Ich schwöre, der Ball, der von mir zu dir gekommen ist, ich hab gar nicht gepasst, das ist von alleine weggesprungen von mir. Ich wollte ihn zu dir nochmal rüber. Ich hab aber auch gerade meinen Pass, das war ganz komisch, ich hab nichts gedrückt. Ja, das ist ganz komisch. Das ist halt. Haben die keinen Spieler mehr im Feld, Alter? Nein. Die haben nur noch zwei Verteidiger hinten, Alter. Der hat nur noch Innenverteidiger. Ohne sind nur Bots, alles gut. Ich muss mich nicht mehr den Skillen sein, aber ich weiß nicht, Anni, ich fand da auch irgendwie ungünstig und... Ja, wird jetzt nicht komplett... Anni, du stehst... Anni, der ist nicht im Abseits, was soll ich sagen, ich stehe im Abseits, aber die haben ja hinten noch einen. Da haben sie die Chance! Anni muss laufen, der ist jetzt... Der hat jetzt nur noch Verteidiger, das ist das bessere Training, kriegst du nicht, Andi. Anni, Maschine! Du warst am schlechten Winkel, Andi, gerade. Von da kannst du schwer treffen. Der hatte so viel Zeit, ne, der hätte reingehen müssen. Ich wollte einmal flanken, wir haben ja jetzt, können ja ein bisschen was probieren. Nein, der läuft jetzt ruhig, Alter. Tja, Ball wieder weg, da müssen sie einfach konsequenter sein, bei so einer Konterchancen. Guck mal, wir er mich ab, wir er mich wechseln, äh, um den Grätschmüll. Ich bin nur mal da. Oh, Nervo! Weil ich dein Produkt gebaut habe, wie du ihn brauchst. Ja, ich schwöre, Alter. Das ist genau das, was du spielen willst. Andreas, siehst du, wie gut mein Spieler ist? Überleg dir das noch, mit Cashy einzubauen, ganz ehrlich. Digga, du würdest auch solche Gotti-Tore machen. Ich kann dich auch ein bisschen größer, ein bisschen stremmiger machen, aber du brauchst, du kannst nur zu steigstehen. Guck mal, was für ein Hammer, Alter. Und du brauchst auch nicht komplett Schuss. Wenn du auch nur 30, 38, äh, 83 Schuss hast, das reicht, wenn du die richtigen Werte, die wichtigen Stats hast. Und dann halt auch nicht den Tasten drückst, nicht einfach nur Stumpfschutz, sondern auch mal R1. Oder L2. Aber Nervo kann auch kein L2. Ne, ich mach immer R1, immer. Aber siehst du, er klappt ja. Ja, du hast doch den Traitor für. Oder, ich wollte schon sagen, wer steht, ja. Hat das nur noch den Torwart, Alter? Ne, der Verteidiger ist da hinten. Ist er noch da? Hm, man sieht doch hin. Neco, ich komm. Ne, ne. Nein. Nein. Halt die Pass schnell. Ah, ne. Der hätte zu direkt Pass machen müssen. Das war schlecht von mir, Alter. Aber ich hab zu sehr Fokus auf dich gemacht. Aua, ich hab Beinschmerzen, Neco, ich kann nicht mehr. Aua, ich brauch den Physio. Warte, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht zu viel Tore pressen machen, sonst machen die aus. Lass mal, lass mal testen, ein bisschen am Ball laufen lassen, ohne jetzt unbedingt Torschießen zu müssen. Seine marschiert frei, da muss man natürlich. Einfach mal so ein bisschen wie beim Handball. Ja, die werden jetzt halt hinten rumspielen, ne. Das ist halt das Ding. Die werden jetzt halt nur versuchen, hinten rumzuspielen, guck. Na, lass sie doch. Ist doch ein gutes Training für uns, wir wollen ja den Ball haben, also, guck. Oh, aber eigentlich brauchst du sowas nicht anrufen. Ah, die muss da die... Da, siehst du? Hey, hey, Ayub bin ich genau, Alter. Wie ein Ayub bin ich, genau, Alter. Guck mal, Alter. Kaum bin ich wieder... Lightskin mit Dreadblots und schon per Pro mich wieder. Ja, genau wie gestern Smala hat der dunkler gemacht, schon. Guck mal, du hast vier Tore gemacht, Alter, direkt. Das ist wie so ein Upgrade einfach, Neco. Ich würde, das ist ein Meter. Jetzt verstehe ich, warum der Kylian Mbappé so gut ist. Jetzt auch zu Andi passen, dass er auch mal ein Tor schießt. Ne, wenn denn schon. Wenn denn denn schon. Wenn schon, denn schon. Wenn du hast Andi sich verdient und Andi statt vor mir, dann hätte ich nicht rüberlegen können. Der hätte mir gestanden, hätte ich mir rüberlegen können. Nicht grillen, Andi. Was macht er jetzt? Andi, jetzt darfst du da in Upside. Andi! Das Spiel will nicht, dass... Andi muss hinter die letzten von uns immer stehen, wenn... ... und Balleroberung halb ganz vorne mein Weg. Der das... So, die letzten 15 Minuten jetzt. Andi, das Spiel will nicht, dass Andi ein Tor schießt. Er legt sich vor mir hin, Decker. Ich kann nicht vorbeilaufen. Ja, hab ich gesehen. Jetzt kannst du auch ein bisschen Zaubern machen, was du willst. Kannst du an der Show machen. Bei dem Spielstand. Lauf an, Andi. Andi, lauf an, lauf an. Schön. What? Weiter anlaufen, Andi. Andi, press, press, press. Richtig schön pressen da, Jungs. Ajuv. Ajuv. Du willst dich schießt, oder? Ajuv? Ajuv. Ajuv. Ich hab gefett-fingert. Ajuv. Warum sag ich Ajuv, Decker? Das heißt Ajuv. Das heißt Ajuv, Decker. Eie. Oh Mann, ey. Smala wollte, dass ich während des Bahns einfach in den Discord komme. Geil. Das ist jetzt eine Chance. Oh. ich habe eins an die einst du hast du sicher ich weiß drei und keine ahnung also ich hätte es gesagt ich habe eins an die 1 aber ich mein gedächtnis ist aber sowas nicht so weil ich da nicht so drauf achte maler sein cousin ich habe nicht mehr verteidigt schickt mich auch schickt mich an die jetzt nein zu wenig kraft im fuß ich habe den jesus im hof gemacht schweiz vor allem ja guck mal wie er mich wegschiebt der gerne was er denn alter jetzt geht es gleich die ecke aber die karte kurze ich glaube das hat mich mal aber was wären denn so interessens halber die position die du spielen wollen schießt schon da schießt auch schade eigentlich aus und das machen hat er nicht gemacht die weiter anlauf weiter an auf mann beißen beißen jungs beißen da müsst ihr drauf den habt ihr seid zu zwei auf darauf darauf an die auf da die verarschen wir versuchen sonst verarschen aber trotzdem respekt dass sie nicht ausgemacht haben und aber john hat auf jeden fall noch verbessern potenzial knapp besser als die bots nur beim sieben zu eins das ist nicht so optimal oder john die hat immer lass direkt nächstes game ok alle nächstes game und mich nervt dass das bei mir immer steht max level erreicht alter ja bei mir ich glaube ich dürfte jetzt knapp level ich bin level 84 jetzt ok ich schwöre wenn du hundert hast so wie ich das macht gar keinen spaß mehr weil du guckst du levelst nichts mehr alter ja ich bin aber auch der einzige der bei uns so wirklich anzieht so also von der neueren linker flügel linker flügel ist tatsächlich noch frei ja ist frei könntest du spielen ja was ist so dein also was ist so dein spieler typ also wer würdest du sagen beschreibt dein spielstil am meisten so also von den profis her oder von irgendwelchen fußballern her also jetzt wieder also jetzt wieder voll fokus ist eine neue mannschaft diesen bestimmt voll stark nein andy andy es geht nicht darum dass dass du die tore nicht gemacht hast geht darum das eine ding was du zum beispiel komplett über das tor gesetzt hast weißt du du brauchst nicht immer mit viel kraft es reicht auch wenn du das unten rechts oder unten links einschiebt so wie ich das gemacht habe mit dem außen ist du brauchst nicht immer diese kraft du brauchst auch mal diese r1 es geht nicht nur darum dass du nicht darum dass du keine tore machst geht darum weil du kannst das ding nicht irgendwie 60 meter bei store hauen als stimmen also das ja der erste schuss da kann man halt nicht netter jetzt irgendwie formulieren aber das kannst du halt nicht 60 meter bei store hauen als stürmer und du warst komplett frei wenn es maler macht wenn es maler das als iv macht oder 11-11 macht dann ist das was anderes das kommentatoren sieben für dieses heutige spiel sind wieder ein nekotisch bin flanken nekotisch bin flanken nekotisch nekotisch bin ich schon nekotisch bin ich schon sie ist ja mein aussehen vom spiel der schon leider taken ne zentrale wie nekotisch bin ich ja ungefähr mein spielstil ich hab dich auch auf dem tik tok markierten erko daran müsstest du es eigentlich wissen jetzt geh an die der muss jetzt rein der muss egal weiter nekotisch 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 ah der die haben geahnt dass es zu dir passen will nekotisch 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 sicher auch heute wieder erlebten sind vorgefahren diese berätigkeit in der offensiv ja die haben alle onkel harris warum schreibst du abend karrer wo schreibt er das ich muss das eben bestätigen wo schreibt er das hat ist im youtube-chat so sehe ich gar nicht ach du auf ipad sehe ich das aber nicht auf meinem stream ich musste fordern bot wurde angelaufen stark hat es ist wenn du solche wörter schreibst wir sind ein freundlicher youtube-kanal ohne beleidigung aber ich lass das nur zu weil es abgekürzt hat es ist ausgeschrieben hätte es nicht zugelassen aber sieht man trotzdem nicht ist es trotzdem nicht also im stream chat der hätte auch ein bisschen ja aber so gut angenommen ich dachte wirst du nie annehmen können ich hatte auch irgendwie pp in der hose das ist der ding komplett weg aber alles hast du set of order 2 bestellt das wird bombe ich schwöre diese diese beste beste antriebsaggregat der welt und die politik willst verbieten den sie gemacht haben und dann feld ist diese woge werden diese woge werden weil der stadt auf dem trikot dieser schiff oder du weißt hoffentlich woher das kommt schaakiel o'neal bräuchten diesel so du und du nennst die basketballe schaakiel o'neal bräuchten diesel zu tun der heiße big diesel das war sein aber ein ding aber neue generation nein nicht neue generation der ist schon immer so den haben sie früher auch big diesel genannt ja das ist nichts von alter ich hab lex ich hab lex ich kann nichts machen du musst bist eine alleine regeln mein gott ich kann nichts machen pass oben und die mich einfach gerade auslaufen ich kann ich habe rote latent an die wenn du den ball bist du kannst du einfach gerade auslaufen nimmt den ball erst an und guck wie diese situation ist aber nicht in der spiel einfach so stumpf ein lauf ich habe schon viel früher gefordert dieses internet internet ist die beiden land kabel dicker ich habe repeater also ich habe alles flitz box und habe ich repeater und dann das repeater mit rechner über land kabel aber das trotzdem salaten roter latenz das ist wegen dem spiel server glaube ich es hat nicht unbedingt mit internet zu tun also aber schön von andy gedacht aber wahrscheinlich roboter lopez was mit harris der schatten amk und das war es vielleicht ist das seine begrüßung direkt blockieren den jungen er kann sich durchsetzen geht dazwischen oh mein gott ich war doch da wieder froh das muss auf jeden fall freistoß geben hö abseits immer warm abseits battlefield ballern dann kann ich kostenlos testen battlefield harry wann war das nochmal da ist drin und assetto corsa 2 x gibt es neue news hast mitgekriegt hat der eine auf youtube erklärt ach dieses weekend das wäre geil probiere ich das hast mitgekriegt von sind jack joe da wieder heißt youtuber assetto corsa 2 news neue stark wichtig vor der halbzeit also ich will mal viel das an die tario ja wenn du in der ersten mannschaft spielen willst du solche leistungen bringen solche tore rein ja macht jetzt aber auch nicht immer auch nicht immer aber du musst so ein konstantes du musst halt so ein wichtiger ist antworten wenn wir training haben bei mir lag gerade alles dein stream lag auch nirko ja dann ist dann im planet ja jetzt habe ich aber gelbe latenz schön andreas wichtig vor der halbzeit noch 22 weil ich ein ekliger drecksang bin hat er das video geguckt die haben das verschoben assetto corsa 2 haben die verschoben weil die erst nordschleife rausbringen und danach kommt assetto corsa 2 die mussten das erstmal tagspiel gedreht bis jetzt aber aufpassen aber nirko ich bin so ein räudiger ne man muss doch wenn ich on point wenn ich on point bin hat wirklich glaube ich gar keine box gegen mich zu spielen okay hatte ich hab aber ganz vergessen was sie erst geschickt hab hattest wir gehen wieder rein ich glaub ich muss dein stream ausmachen oder sonst dann hast du mich hier gleich ja mach doch hörst du hier der geht der vufl hier der geht der vufl hier der geht der vufl nur welcher der läuft da so easy dran vorbei ne kann den torwart auch nicht na na da ist egal das bringt nichts er hättest du moven können was du willst der ist einfach so vorbeigelaufen man ein ganzer abwehrspieler Andi du musst dich anbieten bruder aber ja das kann ich nicht tun ich krieg jedes mal den ball bei nirko ich glaub ich bin sogar mit also ich will jetzt nicht sagen dass ich der beste mittelfeldspieler bei uns bin wir haben auch noch gar keine mit den besten mittel mit den meisten kontakten am ball mach alleine schieß oh nein stark aber ich bin glaube ich der der am meisten auf den ball haben will weißt du ich bin halt dieser italienische spielste man muss sich halt auch anbieten wir müssen wir müssen uns immer anbieten wenn einer den ball hat ja ich konnte nichts wollen ja ich hab dich gesehen ja den hab ich gesehen diese kleine spalt aber hättest du nicht spielen können wenn ich komplett wegkordigiert würde weiß man nicht mehr aber Andi da jetzt jetzt lauf Andi jetzt mach mal endlich schön du musst du das machen stark Andi sehr stark sehr sehr stark jetzt bist du auch nicht nur grad ausgelaufen du hast auch mal nen Bogen gemacht nen Haken stark ja wir nochmal die wiederholung des Torts wir sehen den Konter und dann sehen wir irgendwie hatte ich das Gefühl gerade da musste ich Andi spielen da musst du es auch und der ball ist auch schön gekommen obwohl ich erst dachte der wird wieder autokorrigiert aber wir müssen aufpassen sichtbar wie die durchlaufen alter ja sehr dribbel stark macht das richtig gut ich bin drücken oh der wär gut gekommen bisschen weiter nee oh mein Gott ich dachte Andi hat schon gefordert das hab ich außer sehen gedrückt ja ist gut ne guck mal auf den hinten auf gleich probiere alter ja aber ich bin nicht so guter Verteidiger so fangen sie den Angriff früher ab sehr gut oh man wieso forderst du da unten Bruder oder weil ich frei war bis eben und der die Frauen nochmal nach komplett hinten gespielt ich weiß nicht wohin alter ihr rennt alle weg Andi ein weiter Andi schnelle schnell als Perko Schieß hier schieß schieß es ist nicht zu viel schieß schieß Andi nicht zu viel sobald du frei bist wenn du ein wirst schießen ja ich kann aber nicht schießen wenn ich Miko lecker ja die haben dich blockiert oh wenn ich sehe dass sie dich anlaufen dann flanke ich rein oh jetzt fehlt Smala alter genau deswegen ist bei Kontern oder bei Ecken immer das Wichtigste dass Smala hinten bleibt genau aus dieser Spielsituation das gleiche wäre auch passiert wenn Smala da gewesen wäre weil er bei der Ecke vorne gewesen wäre und dann wäre hinten keiner da hätte ich anders egal aber wir haben gut gespielt dass sie das einfach alle zu dritt stürmen die haben drei Stürmer halt ne wir haben ah zwei ich sag dazu jetzt nix in Erko weil ich hätte auch schon das dritte äh das vierte machen können hab's ja immer gelassen ja weil ich es angeleitet gemacht habe wir heute los ihr müsst euch anbieten hier zurzeit wir müssen das irgendwie hinkriegen ich weiß nicht Andi Andi hat irgendwie diesen direkt passen noch nicht so aber ich war immer abseits der konnte nicht zu mir woher war der Bot ja passt cool auf und hat den Ball hä guck das an ich bin um Bot rum ey kann durch meine Beine schöner Angriff da haben sie mehrere Optionen kurzer Blick zur Uhr Viertelstündchen haben wir noch scheiße ich weiß nicht wohin Alter bis abseits schade zu mir zu mir zu mir und Andi schieß Andi schieß schieß ach schade sehr gut das Beste draus gemacht hast du nein ich hab direkt gepasst ich schwöre ich hab direkt zu dir hochgedrückt er ist gut er ist gut und es gibt natürlich Einwurf ja wir dürfen jetzt halt eigentlich nicht mehr nach hinten spielen so jetzt Andi jetzt bitte ja danke alter ganz wichtig wenn er den nicht gemacht hätte er den nicht gemacht hätte ich nur dritte Mannschaft auch gemacht stark Andi ja besser kann ich ihn dann nicht mehr an den Fuß legen frei komm eins noch eins machen wir noch ja wir nehmen wenigstens einen Punkt mit das ist ganz wichtig schön Neko schön die Beine weggezwech Startbord Alter ich fühl mich aber auch richtig richtig viel ich kann richtig viel laufen wo will die hin die Alte ja ich hab gefordert oh schön nein abseits Mann ich bin umgegrätscht ich hab reinschmerzen ich brauch die Physio die kommt wahrscheinlich nie wieder ne ich hab mal den Namen bei Tiktok eingegeben ne ist das so ne alte Oma warum bei Tiktok bist du keine Ahnung weil ich na niemals Digger weil äh den hätte mein Opa im Schlaf gehalten Digga ach schade das war einfach das war einfach wieder so ein Stumpferschutz ohne R1 oder so na gut du musst du musst direkt spielen direkt jetzt guck mal jetzt geht nicht man na äh Frau Frau Schiedsrichter wär ja klar ich fühl mir jetzt rot ich fühl mir jetzt rot ab schade war ja wär klar dass das passiert ist egal wir haben gutes Spiel gemacht ja aber wirklich ich will jetzt so ein Eumeltor den hält mein Opa im Schlafdecker er hat halbes Jahr Zeit und macht sowas aber guck mal wie klein unser Torwart ist also von mir sieht er klein aus ich will rote Karte gerne haben aber ich krieg's nicht hin alter grätschen so viel lass mich grätschen he he Andy wo bist du ich mach sauber jo wär perfekt für Andy gewesen ja Andy sehr gut abgeräumt direkt nächstes oder was mach ich jaja einfach weiter immer weiter immer weiter immer weiter mhm mhm ja wie sind wir dritte Liga ja immer weiter immer weiter mhm 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 ρέh jaja oder oberliga s mhm s mhm ja du mich wound ich glaube ihnen juckt das gar nicht in der zweiten zu spielen nein es geht darum dass sind das alles nicht ob ich dann nimmt das kann denn dann nimmt er so hin einfach so spontan spiel gemacht wenn er bock hat zu zocken erzeugt damit uns also ihn juckt auch gar nicht der fein glaube ich nichts weiß ja nicht schlimm jeder so lange er performt ist alles gut ja aber halt wenn er sich nicht meldet so und dann muss man gucken dann wenn wichtig wichtige spieler sind das spiel hat nicht mit auch wenn er gut ist aber wenn die karte ist das ding wir können die haben jetzt auch glaube ich erst mal muss jetzt wenn er jetzt von ps4 auf pc geht sein sein level fortschritt weiter komplett andere konsole ist spontan spiel zocken zocken so ich habe mein letztes spiel habe ich komplett spontan spiegel komplett ja ich meine nicht nur komplett spontan spiel aber das meiste ich glaube 60 level oder so habe ich mit dings gemacht spontan spiel und zwanzig ist mein kanal hat gerade eine abonniert des fifa spieler usuf siko das ist egal es gibt gerade gute leute brauchen ja leute auf jeden fall den schwarzen hinten drin auch aber den meine ich nicht das ist pep guardiola maximilien stimmen der zauber weil er nicht mehr im dings ist ich wollte zu schön sorry eigentlich musste da hat sie nichts machen können deswegen habe ich auch nichts gesagt dieser op flanken ist mein neuer lügen bei hat mich gar nicht mitgekriegt weiß nicht was erst vor du bist ja der ist so p der spieler kurve große die werden nur auf wien spielen das war das alter nicht mitgenommen ich habe auch nicht gefordert nix da habe ich glaube ich für an die bestimmt pass auf diese stark nein 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 abseits die machen immer das gleiche die werden gewinnen gegen solche mannschaften aber keine chance aber einfach keine verteidigung haben wo die großte ist der schwarze kohlen muss das alter doch nicht der kohle wald genau an die genau die das gerade in oben bleiben die werden nur die flanken nur wenn man in das ganze spiel oder einer stück die an die gg und schieß stark genauso nennen wir einen spieler der diesen pass auf an die gespielt aber da hätte an die e1 schuss machen müssen wenn er reingegangen ja ja gott gewinnt kopfbrille ob rüber diese weg ich hasse das rote latenz nerko ich muss mein handy wäldern ausmachen sonst geht gar nichts mehr gleich nerko so ein leicht hoher drast angehüllt nicht auf den aber ist egal war auch nicht für den gedacht eigentlich die machen nur hohe flanken auf den nur da der sop der sop der spieler besser rausgehen das macht keinen sinn gegen so eine mannschaft das macht keinen sinn wir haben spieler mit 90 da vorne drinstehen mit zwei meter und flanken nur rein auf den ja weil das post ist dann das richtige op scheiße das ist richtig op bei dem spiel große stürmer einer der flanken kann und immer das gleiche machen und unser stürmer trifft nicht mal das tor halt hallo kommt rein hallo ja ich musste kurz jesus antworten jesus hat geschrieben es ist halt echt witzig dass es wegen inaktivität ist nein es ist nicht witzig es ist weil er sich nicht abgemeldet hat es ist aber es ist auch nicht wegen inaktivität sondern weil sich nicht gemeldet hat ja genau was ihm das erklärt dass wir bis 18 uhr und mehrfach habe ich das auch betont aber ich schreibe auch noch mal rein also ich weiß dass er schon geschrieben ich habe keinen bock zu diskutieren alter die letzten zwei wochen sind der vergangenheit die letzten zwei wochen sind die letzten zwei wochen sind auch die Nicht Lysas, Jungs Guck, was geschieht, Mann Ich soll nicht rumheulen, deswegen hab ich das geschrieben Ich soll einfach besser machen in Zukunft und fertig Und nicht jetzt diskutieren Yusuf, danke für deine Folgen Yusuf, falls du gerade zustimmst Wir suchen auf jeden Fall noch Spieler Wenn du auf neueste Generation Konsole spielst oder PC Kannst du dich gerne melden im Chat Und Discord hast du halt Voraussetzungen, sonst geht das halt nicht Ich blute aus dem Nacken, Neko, ich muss kurz mal Du blutest aus dem Nacken, geht das Hast du Löcher in der Haut? Ich weiß nicht, wohin Ich hab keinen Pass Ich bin gerade hinten, sorry Neko Aber ich musste kurz Andi rennt weg Und du läufst nach hinten, weil du verblutest Auch wieder so ein 2 Meter Stürmer Ja, Bro Es schreibt, er war bis 18 Uhr arbeiten Ja, Degar, du kannst doch wohl eine Nachricht schreiben bis 18 Uhr Weiß auch, wenn du Kundengespräche hast, Degar Egal, ich diskutiere ja nicht Harry, wieso schreibst du doch, welche Position sucht ihr? Äh, alle, alle Position Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Nacken Yusuf, alle Wir brauchen noch allen Positionen, Leute Ja Der Mensch in Aussicht wahrscheinlich einen linken Flügel mit Nikario Äh, Yusuf, da bist du schon mal raus Weil sowas wollen wir hier nicht hören Sorry Du musst komplett lesen, aber das Feuer Was, Alter Oh, Cashy, Alter Das war richtig schlecht Man, die gerade richtig schlecht Ja, Tobi, Mann Gut aus dem Nacken, Mann Ich kann mich nicht konzentrieren Wenn du das kalt den Nacken runter Scheiß auf den Nacken, du passt den Ball einfach Schöner Versuch Aber am Ende kommt nur dieser Ehrhals Also Yusuf, sowas wollen wir nicht hören Das zeigt einfach, dass du Vielleicht die Führung jetzt Äh, ja Wir suchen vernünftige Leute Nicht Leute, die beleidigen oder sonst was Ja, erstmal eine Minute Timeout Kann aber mal bei seinem Leben nachdenken, ne, Neko Ja Unten, unten, unten Weil Haris, Haris hat das ja auch Spaß geschrieben, Bro Und er betreibt gleich so Aber Haris, Bro Das geht auch nicht Vielleicht ja auch, musst du nicht machen Musst du nicht machen Das ist auch unnötig Das ist auch unnötig Und Haris Losch mal Zweck Sorry, äh, sorry Jio, äh, Jio Weiß ich nicht, wie man dich betonen soll Jusuf ist was Oder warum heißt der bei mir Jio Jio, Jio, weiß ich nicht Ja, weil ich glaube, sein Account, sein Dings ist Jusuf Siko Sorry, dass wir dich jetzt eine Minute Timeouten müssen, so direkt am Anfang, Bro Aber du kannst nicht, Bro Haris schreibt doch Spaß was und du gehst direkt auf seine Mutter, also was ist das für ein Beneben, Digga Kannst du eigentlich für, äh, 24 Stunden Timeouten Naja, er hat jetzt Zeit sich zu entschuldigen, wenn die eine Minute abgelaufen ist bei Haris Und wenn nicht, Digga, dann gibt es nur bei Haris, bei, bei FC Nerko, beim YouTube-Kanal Weil Haris ist Teil von FC Nerko Ja Haris ist der, Haris ist der Manager Haris beschäftigt uns, wenn wir kein FIFA spielen mit Discord-Spiele Ja, Haris, Haris ist so der Animateur bei uns Haris kümmert sich so um das Um die Sachen neben Platz Schatz Bruder, guck dir das doch wieder an, ich bin viel schneller in der Gar egal, weiter, weiter, weiter Bruder, wir müssen den Typen, Digga, weil hast du gesehen, wie der heißt da einen? Guck mal, da kommt gar keine Verteidigung, der Verteidiger geht einfach weg Naja, ich bin enttäuscht an, was die Leute für Namen nehmen für ihre Air-Accounts Sehr komische Lockenkopf, Nerko, der große, ne? Der ist einfach schramsi-hart Ah Und, Mandi, stark Bruder, er strahlt, ne, hier, Jesus hat gerade geschrieben, es ist ein einmal passiert, aber er hat sich ja schon, das ist glaube ich das zweite Mal oder so jetzt nicht Abgemeldet, so wirklich, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Mal, Spieler, bleib stehen, hast du gesehen? Ja Wie kommt das? Warum passiert das? Ich war im Sprint und er bleibt dann verstehen Er ist ja auch abgefuckt, weil wen Ist mir egal, ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal, dann ist das so Man hat sich ja nicht nur einmal vergessen, nicht abzumelden oder anzumelden Ja, das war ja mehrmals Kann ich auch, kann ich auch gleich sonst aus dem Discord noch mal raus suchen, Nerko, wenn er in das, wenn er eben das beruhigt stark an die stark gut gemacht aber an die hat einfach keine schusstechnik nun das drückt nur den schussknopf doch wahrscheinlich nur schusskraft der drückt auch die taste nicht an die einweite an die bitte schade ja gibt mir dann gibt mir gibt mir komme ich die komplett frei alter jetzt mir passen müssen also stand komplett freiliger da war ja auch aber trotzdem und die geht noch weiter deutsche ja jürgen mich ruft einer alkoholiker gerade an und diese uhrzeit halt dann alkoholiker junkie nur um 9 nur in der woche abends alter mitten in der woche soll arbeiten die wo war das schlechte kopfball schreibt jetzt ja wir haben nicht mal zwei stunden zeit gelassen ja bro aber du kannst doch wohl den tag davor schon schreiben du bist da du kannst du wohl schreiben ja vormittags selbst wenn die frage noch nicht kommt kannst du doch schon schreiben das ist doch brauchst du nicht erst antworten die frage kommt nur das mal spam anrufen und verpiss dich alter ich habe ein leben ich habe keine zeit für dich scheiß junkies alter wenn ich einmal nicht rangehe da ruft er nicht 100 mal an jetzt schickt er fünf nachrichten alter jungen ist er behindert alter das ist nicht da ist der junkie oder ein richtiger junkie der war bundeswehr spezialeinheit der schlägt zehn leute zusammen ein richtiger kranker psycho gut geklärt das war wichtig und angezeigt jetzt eine minute nachspielzeit auch wird das kurze eck schießen müssen was ich komme runter an der flanke sein da bringt nichts weil ich wusste dass du das mit hacke rettete nur erwähnung weil sonst kriegt ihr die ganze zeit dieses sound scheiß das will ich nicht nur schattet bist du zu hause wo soll ich sonst sein 9 uhr mitten in der woche alter schreibt nein ich komme kommen hier ffc der kann sowas nicht leute zusammen wir liegen auch einst und hinten ist mir gerade aufgefallen und die an die an die falscher fuß hat ich runter das war an die schuss wäre das nicht dein verein hätte ich gesagt runter in die zweite der typ nervt mich halt er hört gar nicht auf zu schreiben wie wenn einer gestorben ist gerade sowas sieht ja aber vielleicht ist ja was wichtiges alles klar aber geile haare hat der jungen geile versuch erklärt ich das macht dann fliege ich wieder bis in afrika das machen aus einer familie und zurück ich wollte da war extra bis ein scheiß aber ich stimm mal mit vier leute alter guck mal die haben vier fünf stürmer haben die dafür sind die aber schlecht rausgehen alter das verlorene zeit ich gehe schon mal raus gegen fünf stürmer brauchst du nicht spielen alter ich kann nicht raus wegen dem f-meter oh mein gott er hat den f-meter fast verschossen schlecht erschießt bitte hat sich anscheinend nicht entschuldigt dann machen wir doch gleich mal vorübergehend blockieren dann kriegst du doch gleich mal die 24 stunden scheiß drauf zeichen geschaffen ja bro schlafe ich muss um 6 Uhr arbeiten und nutze aus diesem kanal ausblenden zu harris bei dir habe ich es eben nochmal sliden lassen bei dir habe ich nur die nachricht entfernt aber beim nächsten mal muss ich auch ein bisschen konsequenter durchgreifen wenn das nochmal kommt du kannst dich unsere Zuschauer hier vergrault was schreibt der da was was meint der mit spielstil ich verstehe das nicht guck mal hier im cashy gleich andreas das ist das ist das ist für das ist das ist musst du kurz dieses mal an die das müsste ich dir mal in ruhe erklären also jetzt auf die schnelle wäre das nichts weil ich weiß ja nicht welches level du bist du welche du frei hast genau gold zum beispiel wie viele du wie viele du ausrüsten kannst das müssen über das müsste über discord machen andreas zusammen am besten aber war schon stärker gerade spiel war gut hi paul ja es ist noch platz aber wir schmeißen nicht einfach irgendwelche leute aus dem chat rein dass das erste zweitens du musst discord haben und dann halt bisschen aktiv sein so paar mal ein bisschen schreiben die leute kennenlernen und dann kannst du mitspielen aber einfach so jetzt so nur high und dann direkt mitspielen das machen wir nicht du musst schon zeigen du musst schon interesse zeigen weil wir suchen auch nicht leute die einfach nur high und dann ein spiel spielen und die wiederkommen sondern auch leute die man dann kennenlernt und zusammen was aufbaut sag ich mal ganz gerne interesse zeigen in discord kommen bisschen schreiben mit uns und dann kannst du auf jeden fall nächstes mal mitspielen aber jetzt so direkt nein weil uns ist halt auch wichtig weil du kommst rein hi ist noch platz so du hast dich nicht vorgestellt dass dich gesagt du hast gar nichts so gesehen wird ich glaube du bist einfach reingekommen hat einfach gesagt ja hi ist noch platz so das genau selbst wenn du zur arbeit gehst und sagst hi kann ich ja arbeiten dann sagt der chef auch ja da ist die tür es kommt nirko kann dass wir legen also sagen dass das so ist ja also wir hätten auf jeden fall platz wir suchen ja auch spielen du siehst wir würden dich auch gerne nehmen so aber du kannst dir einfach reinkommen verein oder einen club und einfach sagen ich möchte hier ist noch platz so weißt du du musst auch schon sagen am besten welche position wird sie zum beispiel spielen oder wie lange willst du bei uns bleiben denkst du dass du bei uns längerfristig bleiben willst oder ob du vorstellst du bleibst bei uns erst mal bist du was anderes findest und weg sitzt dann so weil du kannst einfach reinkommen sagen heißer platz so weißt du ich bin eigentlich so einer ich mag so direkte leute aber wir haben schlechte erfahrungen mit deutschen bewegen ist uns das lieber dass wir die leute dass sie sich vorstellen maximilian junge was geht ab horan ich gerade schön dass du da warst und sagt bescheid wenn du zocken kannst mit uns der kann ich zocken mal paula schmal sehr gut nicht maximilian ikario und dann schön dass maximilian da ist paul ist sehr gut aber du brauchst auch discord weil der stream ist versetzt ja wir können es probieren wir suchen eigentlich leute ab 17 aber wir können es mit ihr probieren wenn du reif bist und reif spielst und mal auge hast perfekt wenn jetzt auch leute unter 17 zum beispiel an die unser stürmer aber an die ist auch an dies eigentlich an dies an dies legende an die sagt an die sagt eigentlich gar so gefühlt wie gar nichts im disco sind an dies eigentlich immer nur der drin ist damit unsere korte an dies legende an die hat auch schon für den verein was gemacht bevor die regel kam maximilian ist einfach nur da maximilian ist nur der coach er spielt nicht aber du kannst gleich wie kannst du das in disco bei reinkommen du möchtest paul nach dem spiel hör mal kurz quatschen bis hin ja also das können wir die anbieten max media paul was zugleich in disco dreinkommen bisschen hier auch einfach mal kurz schnacken können dann kannst du vielleicht übernächst das spiel also mitspielen ein spiel probieren also tatsächlich so gesehen ob wir dich nehmen weißt du weil wir können jetzt also wir wollen auch ein bisschen uns geht es auch um spaß aber wir wollen auch mal ein bisschen weiter oben angreifen und auch der play aus mal ein bisschen besser platzieren und so und deswegen wollen wir auch nicht jeden nehmen aber wenn du uns gefällt kommt so gesehen erstmal bei uns wollen technischen die zweite mannschaft dann machen wir mit jedem neuen und wenn du dich dann halt beweist dann kommst du in die erste aber training und so machen wir eigentlich meistens alles zusammen so gesehen meistens sagen es geht nur darum dass halt wenn wir jetzt zum beispiel aufstiegsspiele haben zum beispiel von liga drei liga zwei dass da wirklich die beste elf auf dem platz ist damit wir da wirklich aufsteigen können und halt bei playoffs damit wir da halt die max die maximale anzahl an sie gehören können ja ich stelle mich auch am besten etwas zu sagen was auch den verein angeht und so da muss ich mich auch beugen tatsächlich drunter beugen ist wichtig weil beim duschen spaß und ja ich bin dann die lauflauf andy ach scheiß was ich den von fc merko schräg schräg mod von fc merko meist meistverdiener meistverdiener alles auf und ab dem alles auf und außerhalb des feldes also ich kümmere mich auch so ein bisschen bei merko und discord und so weil merko dann nicht so die ahnung hat naja das war schon passt so an die was sind passt so an die so du bist das alter schuss stark also paul wenn du möchtest nach dem spiel kann cash die reinholen discord nach nur bescheid im chat ob du das willst du nicht weil dann stellen wir dir vielleicht so ein zwei drei fragen weißt du so einfach so rein so damit du bist nicht ich wäre sonst aus der ecke nicht rausgekommen mein schutzblock jedes mal bot ab alter das deutsch wird abgeblockt warte mal eine mann tschüss leute ich soll jetzt bezirklären ja mach mal heide maximian woran wenn man bezirk schade an die das ist halt das an die was ich dir was ich dir raten würde also was ich bei dir ändern würde du bist auch wenn du stürmer bist und er so dieser rustikale breite einfach durch marschieren tor maschine stürmer bist du kannst nicht so steif sein weißt du das geht nicht du machst das geht nicht ach sorry ich wollte eigentlich anspielen du musst auch ein bisschen in deinem pass spiel mess zum beispiel ich mache das eher weniger beispiel mehr mit auge so gesehen und machte dafür ein bisschen so ich habe halt auge und dann schreibt mal dann ist gott namen rein dann wird gleich der schädig abonnieren noch kurz bis nach dem spiel waren ja genau nach dem spiel aber du kannst ja schon mal einschalten also andy braucht auf jeden fall pass spielen nicht nur schuss und ball annahme scheiße ich glaube bei dir will ich tiki takka auch noch mal ändern weil ich habe so einen anderen playstyle das ist dieser in englisch heißt der ping ist das ist so einer wenn du ich habe gesehen so ein ding aber aber die kataka ist auch wichtig alter ist diese one touch das mache ich ja viel eigentlich aber guck ich kann dir denn solche bälle die ganze zeit durch ein bisschen mit sich aber ich bin tot wo du denkst es da andreas an die da muss direkt da musst du direkt schießen lücke war komplett frei an die die dinger kannst du nicht liegen dass neid stürmer tut mir leid aber muss ich ehrlich sagen also auf jeden fall haben wir noch für paul jetzt eine position bei uns auf der z o m frei weil wir jetzt letztens erst einen verloren haben der so ein bisschen mittelfeld spieler ist tot man spieler ist tot und wir haben auf dem rechten sowie auf dem linken flügel noch platz ist eigentlich torwart so gesehen aber wenn du sag ich mal auch die position spielst die besetzt ist und bis besser dann kannst du die position natürlich haben weil es kommt immer der beste das spiel das ist einfach so cash ist egal wenn er besser ist als ich wenn er besser ist als wäre immer dann spielt er die position ok gut 10 er passt ok weil vor allem nicht mit deinem bild so wirklich zufrieden bist das mache habe ich auch weil ich auch so ein bisschen für nerco so diese bilds test und so weil wie du siehst also nerco kann auch was sagen weil nerco ist mit seinem bild sehr sehr zufrieden und nerco hat sein bild so gesehen von wem hast du den bekommen von cash und den habe ich halt ihn so zusammengebaut also wenn du ein bild brauchst der gut ist ich könnte dir halt was zusammen müsstest mir aber so ein bisschen deine präferenzen schicken also zum beispiel spieler die deinem spieler typ ähneln oder spieler die du gerne magst und so dann könnte ich halt das daran so ein bisschen anpassen weißt du damit du auch so ein bisschen spaß wenigstens hat den bild zu spielen und paul danke dir fürs abonnieren das ist das wichtigste erstmal gerade aber trotzdem kann er ja passen da bot richtig die alle gleich aus der also die spiele die sind alle irgendwie gleich aus heute im chat was lesen wollte direkt passen aber die gegner sind direkt da ja alles gut alles gut und rest weil manchmal manchmal ist nicht böse gemeint aber manchmal situation da ist kein gegner und da dauert es bis hin zum beispiel ziehe ich habe ja keine anspielstation hinter mir steht so gesehen wenn ich den ball annehmen an die du hast niemals hinter mir stehen das ist tot für ein stürmer dann du machst machst du unnötige läufe ich bin ich bin echt so der z m alter so wie ich gerade spiele ich mache den z m ich mache dieses offensive scheiß was auch gut dann haben wir wenigstens was auch so schuss der nie reingehen kann eigentlich marini moin moin oder herr hallo kanal platzen marie was gedacht dazu sagt aber wir wollen gerade wir wollten gerade gleichen spieler testen eben also gerade ist schlecht marini also du kannst noch mal so schlecht in so 20 30 minuten vielleicht noch mal anfangen so kommt drauf an also schnell schafft marini oder marini seid ihr noch live so gesehen weil sonst würde ich gleich rüber kommen oder nerco und würde dann in chat schreiben wenn es zeitlich heute noch was werden würde ich glaube an die dort auch gleich ab müssen wir mal gucken also ich glaube für heute ist das schon fast zu spät weil wir waren keine spiele auch wir wollen gleich noch spieler testen und rote karte und unser andreas der wollte eigentlich nur ein zwei drei spieler machen die sind gleich an die rum das ist natürlich nicht was der jetzt vor hat aber sonst auf jeden fall ich habe wieder einen ganz anderen skill als eingegeben paul paul bist du jetzt da oder nicht im chat da sehen wir es wieder erst mal geklärt da ist ein diskuss reingeschrieben ne der soll das ja in youtube-chat schreiben paul schreib mal dann disco in den youtube-chat bitte oder wenn du keinen discord hast dann lad dir das fix runter doch hat er hat er hat er gesagt was war scheiße von mir ich bin auch unkonzentriert gerade in den chatten alles er schreibt mal ein dann das gott paul schreibt mal ein bitte in den chat hatte ich ja wo denn ich habe mal noch noch mal ein weiß nicht wo du das geschrieben hast drüber ich habe das auch nicht gesehen also ich sehe es auch nicht ich meine ich bin der mod ich sehe eigentlich alles mehr wie ich halte das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht also okay hört sich gut an erst mal seine weg und durch weil ich mir hat sich keiner richtig angeboten zum ball ja aber du musst sich spielen wird es ja man muss sich anbieten dass man preis in dem pass weg nichts ist stehen bleiben wenn fünf leute noch dazwischen da war da war auch von sich gekrabbelt gekommen bin wo ich musste nach hinten und sollte ich dennoch gut an die stark jetzt schuss 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 nicht vom schießt habt doch schon gedrückt nachdem morgen geschiebt was sie das gar nicht bei mir ist das was war das denn ich habe direkt geschossen das kann er also nicht aber egal paul du hast den jetzt reingeschrieben ganze jetzt der pole dann macht dich schon mal bereit starte schon mal ihr fc gleich ich schicke dir dann gleich eine einladung die müsstest du dann annehmen und dann würde ich dich in den boys hinzufügen dann würden wir so ein bisschen quatschen und dann wenn das mit uns funktioniert wirklich würde ich dich dann auch so nach und nach in die und unten unten ich bin so ein bisschen im rückraum das war wieder nicht geschossen an die da musst du kurzes eck da musst du wirklich kurz das kann das kann man das kann das kann ich das kann man nicht verantworten ich dachte ich dachte ich dachte wir liegen zurück alter dachte ich bin zurück alter das ist ja statistik geht vorne auf den sack man kann ich nicht sehen wir können einfach dieser lang besser nicht annehmen weil wir zu schlecht im kopfball sind aber dann verlieren sie den ball keine gefahr mehr vor der alter sonst wird das nix schön aber dass ich den passen hat durch die hammer war stark pass auf verteidigen das spiel ist noch nicht das spiel ist noch nicht um an die wo willst du hin an die wo willst du hin an die ich nicht und laufen an die an die pro wir fühlen wir müssen jetzt wir müssen ein bisschen kontrollierter spielen also es ist nicht ist es keine schlimme kritik so aber nein junge nein das ist so ein witz alter die spiele ist jetzt alles nach vorne an die renner von der renner vorne das ist so ein witz das war mein fehler das tor war meins war mein fehler ich kann aus dem voice kann ich ihn ja immer noch raus schmeißen das ist ja nicht das ding naja kannst du erstmal rein nehmen pack den erstmal rein und wenn das hat nicht das hat nicht funktioniert überprüfe ob der nutzername korrekt ist ja also paul das wirklich jetzt nur test gucken ob das alles funktioniert harmoniert so menschlich alles richtig paul du musst glaube ich noch mal gucken also weil deiner also ich sehe deinen namen tatsächlich also es ist falsch angeblich fifa punkt sucht es ist anscheinend falsch paul du musst noch mal gucken das ist wenn du eigentlich wenn du jetzt auf pc oder bist du eigentlich ist auf next gen jahre was war das weiß ich gar nicht mehr paul kurz fragt bist du auf dem next gen was heißt kurz andreas wann bist du wieder da mal kurz ist keine angabe das kann sein zwischen zehn minuten und einer stunde bist du ein pferd ja paul aber ich sage dein namen ist angeblich falsch also müssen mal gucken weil das ist ich brauche nicht dein namen von oben ist ich brauche diesen anderen namen diesen wo das hashtag vor ist am besten ach so andreas okay alles gut gelass dir zeit mal in ruhe hätte auch gereicht andreas bin fünf minuten weg das kurz noch weiß man nie wie lange das dauert paul bist du noch da paul gibt herzen danke danke für die herzen wer hummer das ist bist du das andreas oder wer macht das paul bei cashy da hat es zugekommen paul paul dann dein name ist wenn du hier du gehst auf dein profil und dann dürfte da stehen anzeigen oder benutzernamen ja also benutzereinstellung und dann dürfte eigentlich benutzernamen steht nicht der anzeigename ich brauche den benutzernamen der dürfte bei deinem profil stehen benutzernamen brauche ich benutzer nicht anzeige ich brauche benutzernamen er hat schon gesagt fünf mal cashy ja seh ich doch weil der hat einmal gefragt sie mal geantwortet ja weil ich ihm eben gesagt aber ich eben das eben gesagt haben möchte ich deine nachricht gewinnen machen wir spaß muss ich gerade ärgern wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen diese herzen lange das bringt auch vor allem gar nichts mehr wenn man lieber dollar scheine schmeißt wenn ich mal eine bessere webcam kaufen 50 kamera sieht er mich noch schärfer muss man ein bisschen geld spenden auf mein ding salter bei hier über über youtube habe ich doch link muss man mal 500 euro rüberschmeißen dann kommt mir eine flüchtige kamera ich sehe nur willkommen bei nerko ich gehe auch mal fix aufs klo warte ich brauche deinen anzeigenamen schicke ihn doch dein alter warte oder paul ich schicke den main rein dann hättest du mich am besten junger hier ist doch zugespampt werbung neko ich gehe kurz aufs klo ja ja setz dich hin ne ich passe immer im stil ich nicht paul also nimm mal hier cashy ein discord ich kann nicht das gott man gerade paul weil wenn ich jetzt mit der maus bin spiele am pc und streamen gleichzeitig und wenn ich jetzt mit der maus was mache dann verliert der controller irgendwie vom spiel die kommunikation keine ahnung warum das ist irgendwie so ein bug im spiel oder windows keine ahnung alles klar der ist gratulette paul dann schmeißt er dich gleich in voice wie stark ist eigentlich dein spieler dann pro club spieler welche stärke hast du nur mal so als frage weil das auch nichts aussagt neko mein schatz ich bin wieder da ja er hat dich angenommen sagt paul ja ich gucke kurz paul gib mir kurz eine sekunde ich bin auch schon ein bisschen älter ja ich sehe es ähm fifa sucht die gut ich schicke dann jetzt gleich mal eine einladung zum voice paul da kannst du dann einmal reinkommen brauchst auch nicht scheu sein mit uns zu reden wir sind eigentlich alle ganz lieb die kritik die du hier hörst ist wie gesagt alles nur so für den verein weißt du damit wir auch mal ein bisschen vorankommen und so weißt du ja ist ja nicht schlimm dass du 80 bis wir level und kannst ja leveln dann wenn du wirklich hier bleiben willst dann spielen wir ein paar spontan spiele und so dann da wird sich schon adi hallo paul moin moin da ist der paul also der klingt tief tiefere stimme als ich und ich bin drei jahre älter als er ich leite auch stimmen bruch nur ein bisschen anders wie smaller ich bin wirklich 14 ich werde dieser 15 okay dann hast du geburtstag weil wir hier september welcher weiter weiter also mein bruder hat 14 ich habe 16 mein sohn hat 16 alles september also ist er gut dann kann er direkt ins spiel rein also wie du hast 14 ich habe jetzt den zweiten also ist september also kurz bevor wir zum spielerischen kommt was stellst du dir denn so vor bei fc der co ja also natürlich viel erfolg mit dem verein zu haben dann dass ich mich gut mit dem team verstehe das ist das wichtigste ja denke zwar nicht dass es dran scheitern wird ja okay das wichtigste das wichtigste spaß und dass man sich versteht und wir schreiben dann halt den discord rein zum beispiel everyone also für jeden und dann schauen wir rein heute wäre zeit heute zu spielen also trainieren und spätestens 18 uhr muss man halt daumen hoch runter machen das reicht schon mehr nicht also bis 18 uhr weil ich muss das halt plan weil ich manche haben freundinnen ich habe familie frau kinder ist halt plan ob ich dann genau schule dass man sagt bis 18 uhr wenn man so eine frage stellt ist auch wirklich dann einfach nur daumen hoch herunter mass es ist eine schlimme man ich kann aber einfach bescheid geben weil dann können wir besser plan wer wie was und ob ich kann die stream und ist eigentlich keine wilde aufgabe und das kriegen aber leider auch viele nicht hin und dann muss ich den die zweite mannschaft tun dann werden die unzufrieden weil die auf einmal in der zweiten mannschaft sind dann muss ich den erklären junge du musst doch nur daumen hoch oder runter machen wenn du das nicht mal hinkriegt wie soll ich mich auf dich verlassen so weißt du denn ist ja wie wenn du in einem fußballverein oder so spielst und danach dich irgendwo an oder abmelden muss ja bescheid wissen muss ja planen wo alles so weißt du kannst du natürlich reinpacken dass er mit spiel direkt oder da bist du nicht soweit ich bin soweit einfach nur spaß haben wichtig ist halt immer blick auf den mitspieler haben einfach so ne es gibt die eine wichtige frage glaubst du dass du längerfristig für den fc der auflaufen könntest ja aber du musst halt auch gucken ob du bock auf uns hast ne also muss das nicht heute entscheiden man muss halt so gucken man kann so paar wochen und dann muss man sagen so okay passt oder passt nicht so wir hatten auch welche genommen haben die haben super auch gespielt aber da haben wir nach einem halben tag gemerkt das funktionierten haben alle dann gesagt sorry ihr müsst gehen weil es passt auch die art dann wie du mit den anderen redest die anderen stürmer andreas haben die schlecht geredet hat gesagt jungs ihr spielt erste mal gerade bei uns redet schlecht über unser stürmer ist ein bisschen respekt haben und so ne wir sind keine profis wir wollen als spaß haben wir machen kein gegenseitig runter oder so wir versuchen uns nur gegenseitig zu verbessern und motivieren also egal wenn einer was sagt oder hier da hast du vielleicht mitgekriegt zu andreas paar sachen aber das ist nur weil wir einen tipps geben das halt besser wird so ne das ist auch noch sehr jung ich glaube wie alt war andreas bei mir immer so hart aber ich bin so einer ich sag das dann auch lieber frei raus so anstatt das so zu umschreiben so zu beschönigen weil im endeffekt wenn du jetzt irgendwo bist auch im später im leben dieser keine ach lieber junge du musst so und so spielen du musst das so und so machen du musst schon knallhart sein so um halt auch besser zu wählen so ja und cash ist halt wirklich auch so nachwuchs profi spieler gewesen jetzt glaube ich nicht mehr weil verletzt naja doch noch doch also ich habe als kandreas das kann internet mehr man hört sich nicht aber ich war jetzt die ganze zeit auf der suche nach einem pro club sein deswegen habe ich in letzter zeit für ultimating gespielt und wenig pro clubs ja also ich habe mein tatsächlich alles im spontan spiel gelevelt bin ja max level das habe ich alle spontan spiel gemacht und da habe ich meinen eigenen verein aufgemacht weil es macht mir also spaß auch wenn es mal spannend ist alles gut das ist schon mal geil gut zu wissen dass youtube mich vorschlägt das schon mal positiv für meinen kanal und mich ja cashy pack dir mal rein ja du ich schicke dir erstmal eine einladung zum chat und dann schreibst du am besten mal da ein dings namen rein deinen ea namen dann kann ich dich auf ea adden und dann kann ich dich in den club einladen oder nerko macht das dann edit dich und lade dich ein warte mal wo bist du jetzt hier kannst du auch machen jetzt muss ich dich wieder suchen wo bist denn du ich bin im hansa nachwuchsleistungszentrum sei mal nicht so frech ich bin ja besser ich bin dritte liegearbeit regio alle jetzt erstmal welche mannschaft hat dings paul gesagt schlechteste mannschaft zweite liga ich schwöre ich habe noch nie so eine schlechte mann ich bin aus der brücke fan weil ich wohne da bin halt so bekloppt aber ich bin auch ehrlich und realistisch ich habe noch nie eine mannschaft gesehen in der deutschen bundesliga erste zweite dritte die so und da geht wieder aus der brücke der zweite liga gerade ja ist es einfach so ja ja ich warte euch auf anfrage annehmen fc und dann also frei lassen ein und dann nerko kannst du selber schon mal bei klubs suche die musik ist auch einfacher machen du gehst du bist ja klubst und dann sich hast du ja so ein button da müsste klub suchen stehen eigentlich oder ich hätte ihn einfach ist egal ja und da gehst du dann rauf und schreibst du fc ein freilassen ein frei lassen und dann nerko also so wieder streamen also wieder wenn sie kann sind ja kannst du ablesen starten es gibt keinen entspringenden verein ja scheiße das schickt dann ihr in einem rein ich hatte ich ein und das bist du noch im start aber an die du bist fast so gut wie ich ja aber ich mein man kann jetzt sagen du bist fast so gut wie ich aber überleg mal kummer ich will jetzt nicht sagen dass ich jetzt nicht schlechtes gegen dich sagen so aber wenn ich unsere spielstile und unsere erfolge jetzt im verein vergleiche ich will jetzt auch nicht irgendwie böse ist einfach leise weißt du aber nein das warte mal kann ich wieder einfach nur sagen du hast noch nicht das auge sei mal du bist ein guter spieler und dieses rating ob 85 89 80 oder sonst was das sagt gar nichts aus null das hat ich ja ich spiele ja spontan spiel viel wenn ich offline bin und ich spiele mit stürmern diesen 89 90 und diesen so schlecht das gobst du gar nicht also das rating hat nichts mehr so los die spielweise darauf haben ja genau ich habe manchmal ich hatte so spontan spielmann tor hat der 95 ich bin eigentlich torwart baulich ich helfe nur gerade mit also auf dem feld aus weil zu wenig leute sind bin ja also haupt beruf hier auf fc nerco torwart also mein torwart hat stärker 95 mehr geht nicht und ich spiele dann manchmal mit stärker 80 stürmer dann denke ich mir spontan spielbauer das was wir das was wir das finde ich kann was auch andreas und dann andreas spiele ich mit spielern die haben alle stärke 80 81 und wir nehmen die gegner auseinander also das hat nichts mit stärke zu tun rating es gibt ja auch hier solche e-sportler die mit einem prosten oder so wikind league 20 0 genau meine neffe ist auch so dass das bei mir spielte spielt das ultimate team spiel das gar nicht aber da hat er hat einmal bei mir gespielt erste noch nie gespielt erstes spiel so junge das keine chance mit der mannschaft gespielt irgendwelche mit gegen gold und so eine jüngere die auseinander genommen mein neffe wie kann ich jetzt einladen alles gut ich kann jetzt so beitreten ja kannst du ja nicht wenn er befreundet ist ja und der anfangen der co hier ist einer im verein der hat angefragt der ist 89er overall der ist feil betrug ja das ist dings der wollte sich noch melden dass du auch design aus dem chat letztens ich habe den extra noch nicht angenommen weil er wollte weil der wollte kann noch nicht spielen irgendwie konnte dann nur wegen disco das runterladen das war der letztens der andere david ja genau aber gehen wir noch mal raus weil ich brauche die kapität oder du musst mir alles gut so vor spiel da wo spiele ich jetzt soll ich rm gehen nicht immer immer cd im neck oder also wie gesagt bei uns ist halt spaß so vordergrund und so genau wenn ich immer stört kannst du es auch sagen kann ja muss privat schreiben alles gut ist jetzt auch drinnen kannst du auch ein schaden andreas da ist auch manchmal disco drin aber spricht irgendwie nicht weil er nicht darf oder so keine ahnung ist es glaube ich auch ein bisschen schüchtern ist auch nicht schlimm muss ja auch nicht aber wichtig dass er drin ist dass er uns hört so weil wir wahrscheinlich gemerkt dass es bei nerco so ein bisschen verzögerung auf dem stream und das ist halt wenn du jetzt hier also halbe spiel das halt schlecht hast halbe minuten verzögerung ja also ich persönlich wird eigentlich verlaufen und also voll gerne so mit anderen menschen so auf also 111 einfach 11 sich nicht so auch so scheiße ich muss aber fett meine kamera ändern ja egal macht ex den jungen leben der so wie ich wie du ich lieb es auch ich gehe auch ich gehe auch irgendwo hin spricht da irgendwelche random leute an und quatsch mit denen einfach ich hab da ja auch haben auch also wenn du drauf stehst können wir auch privat anmachen wenn du möchtest leute thema wechsel 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 links egal egal weiter das ist heute das erste mal dabei ich war muss manchmal kassi viel früher schießen halte ich schwöre mann ich habe nicht so viel schuss wie andy egal aber dies mit r1 wahrscheinlich ist an die so einer der alles auf schuss gepackt hat ja genau es ist wirklich passt situation wo ich mir vorhin gedacht habe als wo ich noch nicht im chat war was zur hölle macht der typ aber es hat noch unerfahren sehr jung aber wir kriegen jetzt schon hin wie gesagt ich müsste ihm halt mal so ein spieler zusammenbauen aber er schreibt nicht und ich will ihm halt nicht hinterher rennen dafür das hat nicht meint also dafür werde ich halt nicht bezahlt ich werde eigentlich gar nicht bezahlen bis 1 cent im jahr rechte ich habe noch nie über das ist das ich habe über 80 tore von seinen verschissenen vereinen jetzt hör auf hier zu jeppen wie abgelegt auf andy ich habe die meisten tore bei uns aber ist wirklich rossok nlz ich habe noch kein spiel weil ich kreuzer hat also ich hatte schön an die also ich hatte bin halt von meinem alten verein so gifstor ist hier bin ich halt weggewechselt weil ich halt auch so ein bisschen interne probleme und so hatte da habe ich halt landesliga so mäßig stamm rv gespielt und dann hat sich ein zu wandern gefunden die haben interesse ich hatte die hat not wahrscheinlich er not so den lehnen zeitlich ab und dann muss der physis test machen und ich konnte nicht machen weil ich meine zehe gebrochen hatte drei stück was machst du denn das ist eine sache bricht also ich bin halt muss ja wissen also es war ganz am abend als ich mit nerko gezockt habe da bin ich mit meiner freundin hinterher gelaufen oder nein und ihr teils und richtig also ich weiß nicht ob das oder was das ist aber das bett ist auf jeden fall härter als alles andere bett kannte mit mit folgenden groß erzähl kaputt gegangen nicht mal klein erzähl oder so an die jetzt wahrscheinlich so einen dicken ausschieben oder ja nicht mehr war stark und dann war das ist ja klar das musste sein das musste sein das musste sein das musste sein muss dem zeigen wer der mann ist dann musst du halt füße selbst machen bei einer zeit so ist halt klar muss ich muss die leistung ist der leistungsdiagnostik oder wie auch aber sie ist ja 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 muss ich halt nachmachen dann dann ja wenn die halt wenn es heißt also du kannst du diese bewegung ja maximilian schnell nach links und rechts diese läufe da diese diese komischen scheißwürfe da ich weiß nicht wie die heißen auch die ganzen nba spieler linienläufe also wenn du so in der zone herkommt dann musst du schnell von der linken seite der sauen zur rechten seite rüber und das sind somit so steps so weißt du und das und das und wenn es der da hat das rechte knie komplett weghaut und es einmal so kloppt sound macht dann maximilian ich spiele ich spiele war so aber du sowieso nicht du laberst wieder bestimmt ein freund von mir der spielt vor die ball und hat wirklich aus saudi arabien von einer al-hil-lai volle abteilung angebot bekommen und er verdient im jahr zwischen 500 und 700 kadern wenn er dorthin geht vorgeil alter krank und und jetzt 15 ich krieg mal so ein angebot wo haben die ihn gesehen er hat er hat er mir gesagt ok kass was soll das spiel hallo da hättest du aber auf paul passen können direkt der stand frei ja oder ich sehe polen nicht polen mit seinen weissen haaren ich würde ich sehen ganze zeit wie seine haare ist schwarz hat weiße haare oder blau ich bin immer blau beim sauchen warst du nicht du bist nicht 18 ich wohne im dorf und ich wohne im dorf und hatte bis jetzt noch kein einziges meine bierflasche in der hand krass das ist respekt ja sehr gut du bist bald aus deinem dorf herbannt alter jetzt fange ich dieses jahr im september ausbildung an wo hin welcher schicht 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 starg man die rektor vorbereitet paul erstes spiel ich bin ich bin ich bin mittelfeld rum aber ich bin halt wie gesagt vorwärts nein ich die member aus der brücke ach so also keine ahnung da laufen so an die ist auf jeden fall verhöhnt verhöhnt spielt genauso er war vorher bei hansa deswegen weiß ich dass er verhöhnt ist einfach auch nur einfach durch da ist ja das ganze mannschaft alter wir wechseln ja auch jedes jahr komplett durch was mannschaft schreibt aus der brücke mir wird empfohlen vfl aus der brücke rosserung geil junge ja bei den das jetzt wieder muskul faser ist ach quatsch recht war nur ein neuer er hat auch hab ich gar nicht abgereist ach du scheiße das soll auch karriere bänden ehrlich das ist zu alt du kannst robert tsche sein so robert tsche fußball gott das ist fußball gott der robert tsche fußball gott aber so wird das so mit der gruppe da sagst du letztes dritte liga auch mit ausland gegen euch ach mit auslande geht jetzt der bei euch spiel ist und vor allem hätten die fans nicht gewollt das noch mal ausleihen dann wäre er auch nie im leben zurückgekommen aber alle fans haben nach dem geschrieben weißt du was das krasse ist auf schultern getragen der hat euch genommen der durch drei etagen höher gepackt vom spiel her er hat sogar team auf den season bekommen mario basler kennt ihr ja oder wisst ihr wo er trainer ist alter hier im dorf fallen bei mir in Osnabrück er hat eine wette verloren des trainer war denn jetzt schon seit zwei saisons oder so gibt mal ein mario basler trainer oder jetzt ist und der spielt manchmal mit der wechselt sich selber ein manchmal aber erst dann der hat die letzte saison 25.000 und 9 vor und ich habe das die spieltax noch im stadion gegen oder ich spiele so sind dir ein bot so gut da ist doch fake irgendwas hier nein das ist doch bestimmt tecker nein die bots guck mal wie die miteinander zusammen spielen das geht gar nicht alter macht die meisten ballverluste habe ich mein leben nicht gesehen und die meisten gegend oder fuhr sagt er sagt nicht keine ausreden niemals alter hätten die hätten die gegen kaiserslautern gewonnen dann wären die dran gewesen aber so keine chance aber ist auch nicht schlimm wir warten das auch gar nicht mehr wir sind trotzdem unser stadion ist trotzdem immer ausverkauft weil wir einfach fußball begeisterte stadt sind so weißt ja schon mal bei bei dynamo eine lese auch die letzten vier fünf spiele sind nicht so und dann hatten wir zwei spiele in folge erst gegen 18 60 über 30.000 und danach gegen der größere stadion wird es glaube ich 19.000 passen oder so wir haben da auch gegen links gespielt jetzt ausgeliehen ist also stark dann hast du da im stadion guck mal wie die bots spielen das steuert doch einer was sagt mir sagst du zu paul warne ich sag der mann ist maschine jetzt fack der für sein alter der deckend muss die aller nachfolger sein so ungefähr ja das hat man auch über aion ibrahimovic gedacht der spielt nicht mehr ist das verliebt serie b der sohn von von einem aus meiner klasse ist ist der kurs die lehre auch geil und meine klasse ist wirklich schon crazy also 24 leute 5 deutsch oder so und der rest alles wie südländer anhand an die daten zu gehen können alter aber wir sagen schon so so scheiße so also jetzt so spaß so ja auf die angewacht und so ich bin schon gespannt wie das dann in der berufszule sein wird dann würde es dann noch eine etage höher sein kurva 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 sag ich nur ich sag nur kurva zu rfd wo kommst du ursprünglich her weil du also du hast jetzt fließend recht an ja aus bosnien balkan bosnien habe ich mir schon denken können aber ich bin ich war letztes jahr im sommer war ich kroatien ich war aber 78 wo ich hierhin gekommen bin also 30 jahre her quasi ja nirg ist schon an die 40 so alt bist du schon 39 ich hätte jetzt 20 geschätzt ja paul übertreibt mich paul du kriegst direkt geheilt ich hab dich auch gesagt du siehst gut aus nirgut beim ersten du hast nicht gesagt ich krieg geheilserhöhung jetzt nirgut also ne wirklich jetzt wirst du langsam frech nirgut jetzt willst du aber arsch jetzt willst du aber arsch krieg ja das stimmt du machst echt viel er ist das nur einziges ich habe tatsächlich überlegt was ich mit smala mache weil er einfach nicht mehr aktiv ist und egal wir verlieren sowieso jetzt ausgegangen der steuert die bots das irgendwas ist komisch alter die mit den komischen haaren ich habe mich frei gekauft vier jahre alle machen mal vier jahre pause deswegen habe ich auch schon weiße haare wenn sie wenn der pech hat können sie mir jetzt auch nachweisen dass er die ganzen anderen aber die europa bekommt jetzt auch diese vier jahre kein gehalt mehr ach quatsch aber dem ist das egal der hat geld genug ja aber der war erst am montag bei der baller league in köln oder disseldorf keine ahnung wo das ist ja was soll denn der mann noch sonst machen ich dachte doch im knast ich habe gedacht doch im knast warte wieso liegen wir sie meinen zurück ist ihr das jetzt erst alter mit dem ganzen aber hier ist irgendwas komisch das kann nicht sein dass die bots so gut spielen das hat man schon mal weiß noch geschickt ja da habe ich dir auch gesagt bleibt ja auch gesagt dass du nach und nach immer feine auf die köpfe gekommen weißt du noch ich kann mich auf alles merko wurde auch schon unterstellt dass merko nicht arbeiten gilt die fingen an zu beleidigen direkt weißt du die haben mir gesagt soll mir einen job suchen so was alles und dann ist halt der dritte die waren so kollegen reingekommen also der hat eigentlich sonst nichts geschrieben deswegen konnten wussten wir jetzt mal nicht mit dem weg machen sollte nicht ins maler dann muss man was war das was war das was macht er mit dir ich schwöre entweder tieten die oder ist irgendwie ein bug gerade hier mit diesem warte mal maximilian das ist echt stark was du davor hast mit deinem freund freut mich für dich ich bin vier prozent kohle und von meinem vater der opa ist engländer du bist auch so einer der sagt in der schule ich bin zehn prozentig alle raus alle raus alle raus 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 alle raus so leute noch mal aufstehen hier draußen ja man es geht nicht schneller als das spiel will der co macht auf dem blutdruck jetzt wieder rein und jetzt weil ich war kurz andere frisur ich mache jetzt mp und probar gemischt oder wenn sie wenn es eine leoparden muss der frisur geben würde ich würde dich so rocken ich hab so eine frisur oder so so bunte haare ich hab boxer oh mein gott ich hab so eine ohio frisur ich mache mir fukuida ich schick mal ein bild ins discord rein guck dir das mal an denn verstehst du warum ich warum ich das warum ich diesen leoparden style rocken würde was löst auf den skills 1 war zu welcher ist ich habe keine ich habe ein skill punkt ich habe ein skill punkt alles klar an die hau rein bringt nichts ja und der cool sturm alter oha endlich mal ordentlich endlich mal ein stürmer der überlegte was du sagst endlich mal einen anderen stürmer der größer ist oder dein lassen jetzt die last den erko meine frisur passt voll zum trito wir spielen eh keine flanken neko stimmt ja ist auch recht heute kommen jetzt ja ich war ich war einmal in dresden hat mir die dresden jugend angeguckt die scheiße ich hab hier ein bounce in osnabrück ist einmal im jahr oder einmal in zwei jahren ist so ein reno cup das ist u9 oder u11 da kommt immer galatasaray barca bayern leipzig richtig krasse mannschaft und turnier haben die nur krass ich schwöre richtig stark man aber auch champignon digga guck mal disco paul guck mal in chat ja warte merko ja wie findest du konnte dieser schwarze ja ich weiß den du meinst ich finde ich geil aber ich glaube der wird das sind alle so leute die werden wahrscheinlich nicht so nicht mehr das spiel jetzt weiß ich du musst hier besser werden dass wir aufsteigen geld verdienen mit fifa und dann kannst du dir verkaufen verkaufen 3 zum preis für 18 genau mit was du willst ohne garantie ohne garantie und ohne menschen und ohne felden wo du wer bin ich jetzt kommt leute jetzt konzentrieren das müssen mal ein bisschen ja konzentration gehalte situation menschen so siehst du jetzt besser ich finde ich finde ich finde viel schwieriger stürmer spielen als mittelfeld hat mich ungehauen da und kommt fokus leute dass wir gewinnen nicht so ein großer wieder so ein großer platzköpfiger für den brauchen wir malen schon paul die alleine gg auf lauf lauf du kleiner soll was soll ich alleine machen alter ich komme rück raum rück raum rück raum er hat mir bein gebrochen der bein gestreichelt ich habe nichts weitergesprochen habe abgebrochen jungs bitte nicht zu fluchen wenn tausend abonnenten mit youtube partner schafft und wenn die also ich bin so kurz alter jungen ich glaube ist wirklich so mit einer also mit der sympathie also wenn ich so der sympathisch renn um dein Leben jetzt, renn um dein Leben, dein schwarzen Arsch Ahjub, Ahjub, mach! Jawoll! Nein! Richtiger Andi, Alter! Richtiger Ahjub, Digga! Wenn du dem Azubi eine neue Aufgabe gibst! Scheiße! Alter, habe ich schon mal die Chance, einen Tor zu schießen? Nein, was mache ich? Ich hole den 10 Meter neben dir an! Gibt es dem Azubi eine neue Aufgabe? Ja, so bin ich ab diesem Jahr September. Mein erstes Ausbildungsfaktor wird mein Geburtstag sein, perfekt! Null Muts war zu, um in der Arbeit zu gehen. Ja, ich mache Abitur und dann mache ich mich selbstständig im Online-Business. Eigentlich bräuchte ich kein Abitur. Ich habe in drei Wochen ein Vorstellungsgespräch. Aber geil, gönn dir. Wenn ich immer ein Online-Business habe und ich habe genug Geld, stelle ich dich an. Du bist selbstständig hier bei NERCO. Lieben, Junge. Ja, klar, auch, auch, auch. Zweite Anlaufstelle, wo ich 1 Cent verdiene, NERCO. Stell vor, gar nichts. Naja, das ist besser als nichts, NERCO. Ich war sicher. Das Maler kriegt ja nur die Schellen im Keller. Wer den Cent nicht ehrt, ist ein Euro nicht wert. Neuer! Du spielst ja 50 Kamerapass auf 1 Meter. Ja, das war aber nichts. Das war Ball gespielt, Junge. Mit Knochen ein bisschen. Boah, boah! Was ist das denn, Alter? Wie geht das denn? Das ist ja gut. Wenn jemand es nicht kriegt, steckt NERCO den gern bei sich in den Keller zu holen. Das habe ich rot gekriegt, das war doch nichts. Ja, ich und Paul müssen jetzt alleine weitermachen. Ja, mach doch. Kann ich mir ausruhen. Wir machen schon. Wir müssen NERCO stolz machen. Ich gucke mir halt. Ich gucke mir die Aktien an. Nimm den Ball, Bruder. Ayub, spiel raus. Was? Ayub! Du Ayub, Alter! Ayayayay! Ayayay! Ayayay! Du Maniak! Der Maniak ist schon mal gleich gekommen. Ich werde dich ficken. Mein Aktiendepot ist auf Allzeithoch gerade. Degi, dein Aktiendepot juckt mich gar nicht. Ja, aber davon bezahle ich dein Gehalt. Ja, die einzigen. In den Penny Stocks hast du investiert. Hey NERCO? Hä? Wie viel bekommst du ungefähr einen Monat bei Porsche? Ah, das möchte ich nicht sagen. Darüber redet man nicht. Nein. Darf er nicht sagen. Hat er mir auch schon geschrieben. Darf er mir nicht sagen. Oh mein Gott! Wie was war das? Kapseln Schuss? Ayub! Ayub, ich krieg eins, zwei bei. Bei NLZ. Ich bin halt auch, ich habe Max Level, was so Weiterbildung hat. Ich habe alle Zertifikate und so weißt du. Und ich bin da halt zehn Jahre schon bald. Das kannst du halt nicht vergleichen. Aber ich kann dir nur sagen, wenn du Werkstatt hast, Autos, wirst du nicht so mehr verdienen als bei Porsche. Was, wenn du mit Autos zu tun haben willst? Ja, und meinst du Kaufzett und so? Ja, genau. Also ich war bei Mercedes, bei BMW, sieben Jahre lang. Und Porsche zahlt am besten. Aber halbe Welt erkunden. Ja, man muss immer weiter halt, ne? Du wechselst ja immer den Job, weil du halt mehr verdienst. Immer bessere Konditionen kriegst. Und Porsche ist halt Endgegner. Aber es wird nichts Besseres, gibt es einfach nicht. Weil Neko arbeitet bei Porsche und macht eine halbe Tour um die Welt mit einem Mercedes. Ja, wir hatten kein anderes Auto da. Ja, ja, Neko. Ja, ja, ja. Ich schwöre, ich muss sagen, das Auto war ich voll begeistert. Es hat so gut gefahren. Aber ich habe gesagt, ich bin direkt auf. Und auch Porsche Cayenne. Ja, wir hatten keine Autos, die waren alle weg. Oh, Neko, seine Fickles Livestreams sind aber die besten. Wie viele Autos hast du? Nein, nein, viermal sind Autos alle weg. Ich habe nur ein Auto. Oder, ja, zwei, aber mit dem fahre ich ja nicht für die Firma. Ah! Ayub! Jetzt! Ah, Ayub! Bro, ich bin 1,75 Meter! Ayub, nimm Kopfschlamaniac! Bro, was willst du? Ich bin 1,75 Meter! Konstitiert doch, Leute, komm! Kur, Wammatsch, mach Kopf! Ey, geh mal lieber fassen! Kur, Wammatsch, spiel der Head, Alter! Nee, ich bin christlicher Boden! Paul, hallo! Sehr schön! Komm, Leute, Konzentration, Leute, jetzt komm! Jetzt muss ich dich fassen! Vamos! Vamos a la Playa! Also normal, Paul, quasseln wir auch nicht so viel die ganze Zeit während des Spiels, das halt jetzt nur so ein bisschen kennenlernen, weißt du? Ja, ja. Angehöhung. Ja, genau. Angehöhung. Du bist aber auch nicht rein Deutscher, oder, Paul? Doch. Nein, sag mir nicht, du bist so ein billig Kanacke! Paul, erst mal weg! Ja! Nein, 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 bitte nicht! Aber ich bin Ostdeutscher! Ostdeutscher! Ohhhh! Es ist nix NRW! Nix NRW! Ich bin einmal... Ich bin einmal... Ich bin einmal... Ich bin... Paul, einmal im Jahr in Leipzig... Das ist so ein Falsch... Ja, das ist so eine Falsch... Ja, das ist so eine Falsch... Veranstaltung von Porsche Club Deutschland! Oh, ich prall einfach ab, Digga! Geil! Neko, wir brauchen dich gar nicht! Oh, ich... Oh, oh! Gleich gehalten Abzug! Ja! Gleiche... Gleiche geht ins Minus! Das... Das erste Jahr kriegst du keinen Cent! Ich glaube, du hast noch nichts ausbeute, Alter! Du klappauter Pirat! Gib mal lieber deinem anderen... Wie kann ich so schnell rot kriegen, Alter? Nimm mal lieber deinem anderen Modler, die Mod-Rechte weg, der nichts macht! Das ist meine zweite rote, oder dritte schon? Die zweite? Du musst wissen, Paul, unser EV Smaller... Der ist eine richtige Maschine! Ist eine richtige Maschine im drinnen, aber der hat fünf rote Karten schon! Ja! Neko, du bist der Ramos Pro Club! Ich schwöre, ich hab letztens Spontanspieler als Torwart Geld gekriegt, weil ich einen voll weggehämmert hab! Das ist immer der erste gelbe Karte als Torwart! Also wir haben einen Innenverteidiger, der ist richtig stark, wenn er gut drauf ist! Ja, Smaller! Und Smaller ist halt der Ramos, der Kreisklasse bei uns! Ja! Hast du schon gesehen, dass Andreas gegangen ist? Ja, ja! Ja! So! Oder er hat schon vor halber Stunde geschrieben, er ist müde, er geht schlafen! Achso! Auch Paul! Ja! Ich... Ich... Ich schreibe mal eine Geschichte Probe! Also alle, die jetzt ähm... Im Stream... Die im Stream dabei sind und zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch macht! Weil also nur zwei mag ich Bewertungen, der eine Zuschauer bin ich selber! Jetzt sind es drei! Paul muss nochmal machen, genau was ich gerade sagen, der hat das bestimmt nicht gemacht! Ja, jetzt ist drei! Übergesprungen! Ja, der eine bin nicht Zuschauer! Und der andere fehlt noch jetzt! Weil keiner... Ausgeschmissen! Weil bei uns keiner Kopfball kann! Weil wir alle zu klein sind! Paul, auch mal den Karton abholen! Auch mal den Karton abholen! Sag ich gern! Neee! Ich bin zu langsam! Neee! Der war abgefälscht oder so! Absteig zwar! Egal, weiter Leute! Egal, weiter! Ihr macht noch eins! Soll ich nächstes Spiel Stemmer spielen? Hä? Soll ich nächstes Spiel Stemmer spielen? Wenn du willst! Was du willst! Ist deine Entscheidung! Aber ich muss dann gleich kurz mal fünf Minuten weg, Nekko! Ich werde jetzt oder so von meinem Namen schon geschlagen! Ich muss kurz Zähne putzen! Ja! Oder mit polischen Eltern ist nicht zu spaßen! Du verstehst nicht! Digits Gürsel! Ja! Wir werden Dürken! Du verstehst nicht! Naja, meine schmeißt den Schlappen, Digga! Was? 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 Der Liga! Der Liga! Vor allem, du musst wissen, meine Eltern schon so... Paul, Alter! Paulische Eltern sind ja schon stark! Und dann... Ähm... Denn meine Freundin ist Spanierin! Also halb Spanierin! Obrigado, Tadeus! Oh! Hola! Como estas? Aber sie ist nur eine Spanierin mit so einem Ding zwischen den Beinen drin! Also nicht wie normale Frauen! Also das ist auch genau... Also Thema wechseln! Nicht im Stream! Nekko, warum machst du jetzt so? Bruder, warum machst du jetzt so? Das passt ja grad so! Keine Ahnung! Ich spreche auch nicht so bei deiner Frau, Nekko! Da kannst du, Bruder! Ja, Digga, mach ich aber nicht, weil ich weiß, dass es einfach respektlos ist, wenn ich deine Frau schmitte! Ja, ist das so, weil ich älter bin! Nekko, du meinst du mit dem Schwanek? Na, Thema wechseln, Leute! Nicht im Stream! Nein, Nekko, ich will das dich jetzt entschuldigen, Bro! Nein, ich sag das ja auch nicht! Nein, gibt's nicht! Kutztier dich da! Und ich sag das auch nicht über deine Frau! Jetzt macht ein... Na, Maniac! Kutztier dich, du! Ich verlasse gleich den Verein! Oh nein! Oh nein! Ich verlasse gleich den Verein! Ja, kauf ich! Kauf ich nächsten! Dann kannst du gucken, wo du deine 74 Tore herkriegst, die ich dir gemacht habe! Aber 70 hab ich dir vorbereitet! Oh! Auf deinen Stats, Digga, da steht 34 und nicht 70, du Esel! Klasse, Pass! Egal! Du, E-Shack, du! Vorsicht! Ey, konzentriert doch, Leute, bitte! Konzentriert doch, los! Konzentriert doch, los! Ey, jetzt konzentrieren! Komm, Fokus! Nekko soll mich nicht von der Seite anbubbeln! Konzentrieren! Konzentriert du dich, lieber! Oben, oben! Auch Cashy, oben! Ja, ey, ich muss doch den Gegenteil ausbreiten, Digga! Pass zum Bot, zum Bot! Du musst auch zum Bot passen, äh, Paul! Äh, deine Brüste auch zu langsam! Egal, aber du kannst ja wieder anfordern, dass ja wieder dir passt! Ja, stimmt! Also mit Bots kann man gut spielen, eigentlich! Oh! Wallah, ich schrei doch, spiel mich an! Erzähl doch mein Leben! Oh nein! Nein, der ist so! Bismillah! Oh! Warte unser! Kamada Mubarak, Aiden Mubarak! Komm, Konzentration! Neko? Hast du heute deinen Fasten gebrochen mit einer Dattel und bisschen Wasser? Weil ich fast nicht! Wie? Ich wollt grad sagen, ey, der fast doch nicht! Ich bin aber Moslem! Weil ich fast nicht! So, du bist Moslem? Ja, aber ich fast nicht! Ja, aber muss ich eigentlich ab 16 oder so? Ja, aber ich... Ja, aber Neko, Rentner, ich glaub, Rentner müssen nicht mehr! Nein, nein, es muss keiner fasten! Das ist alles freiwillig! Und bei mir ist das so, dass ich schaff das einfach nicht! Weil ich so viel gerne esse! Ich bin auch so! Ich hab doch gespielt! Ich hab doch gespielt! Ich hab doch gespielt! Konzentration, konzentration! wie geht's dir schön dass du da bist bis 20 ich habe rote karte gekriegt deswegen scheu hat gesagt mal ein bisschen nicht so viel labern jetzt sollte weil das bis zum bisschen pausen wie geht's ja wo wohnst du wo bist du noch mal aus berlin oder so stimmt ich komme aus so einer kleinen stadt davor war denn aus berlin leute auch man wir spielen ja auch unter tal egal dass das nun stürmer der fehlt hinten will keiner sagt mal leise nicht so viel quasi leute ich muss ein bisschen mit chat quatschen also uns geht's gut soweit wir spielen gerade das erstes mal gerade dabei auch neuer spieler wir schauen gerade an ob das so passt mit uns andreas also bist du jetzt beim nächsten spiel gleich dabei und der ist es auch wieder da nicht fluchen leute nicht fluchen ich sag jetzt nichts ja aber war doch mal ruhig ich muss doch ein bisschen hier mit dem stream gucken leute leise sei leise einfach leise gerade entgebe ich habe keine anweisung nein du sollst tor schießen du hast keine anweisung so jetzt fokus andreas kommst du jetzt wieder ins game rein oder was meinst du damit also gleich alle rausgehen weil andreas kommt glaube ich wieder paul dann geht andreas in sturm ne ok da ist unser stürmer so knapp und wie gesagt paul immer auge offen haben ob einer besser steht und du musst halt paul wenn du wirklich dann wenn das klappt muss spontan spiele spielen muss das spieler level man kann es nicht nur das spieler level wenn wir stream das zu wenig also kommst du nie ich habe zum beispiel mein komplett spontan spiel alles spontan spiel abseits schiedsrichter nach vorne wo bist du irgendwo lauf nimm alle raus alle raus alle raus aber ich muss nicht wir haben keinen spielaufbau defensiv oder soll ich flügel gehen nein bleibt ruhig auf der zähne bleibt da wo du spielen willst ich kann auch ins tor gehen nein ich gehe auf die defensive 6 jungs ihr macht dann die 10 ich spiele euch durch die bälle ich mache den spielaufbau dann ok ja ja paul kann auch die trainingseinheit machen die bringen auch viel xp ja genau guck mal bis 20 hat den tipp gegeben ja das wusste ich auch nicht zum beispiel das sehe ich gerade bs 20 spielst du auch pro clubs suchst du noch ein fein vielleicht ja aber das ding ist also ich werde zwar schon oft mit dabei sein aber auch nicht soft weil ich komme jetzt so langsam neunte klasse briefungsphase ja alles gut ja ja wichtig ist das halt absagen dazu sagst wir warten jetzt nicht dass jeder jeden zweiten dritten abend hier mitspielt wichtig dass man einfach mal hallo sagt und dann einfach daumen hoch runter und das kriegt ja jeder hin wer das nicht hinkriegt der hat auch kein interesse ja ach du bei blazen wer bist du denn da bei blazen noch einer von blazen blick bei euch gar nicht durch wer wer ist bs 20 ehrlich aus das nix habe ich mir gemerkt das ist der torwart blazen ist paul für dich ist ein anderer youtube streamer die spielen auch pro club sehr sehr starker verein und wir sind so ein bisschen zusammen quatschen schauen und uns gegenseitig zu und ja die sind natürlich ganz andere liga spielen die die spielen auch an spieler also wo alle spieler gesteuert werden richtig stark also elf gegen elf quasi ja so diese die ja der gegner hat nicht immer die gegner haben die auch manchmal wie bots wie wir ich würde auch gerne dass wir endlich spielen ein aber wir haben halt keiner das kann ja das ist das problem aber bei blazen sind halt so drei vier fünf leute ich check nie wer wer ist so wirklich von denen außer das nix die haben richtig starken torwart also bis jetzt der stärkste tor den ich gesehen richtig guter mann ich bin noch pro clubs nur mein neffe wenn er bei mir spielt er mit meinem account aber auch bis jetzt nur einmal ich habe keinen bock auf diese karten scheiße da ich würde ich habe also ich habe dass man das jetzige fifa ich habe fünf sechs jahre gar kein fifa gespielt und dann halt das jetzt gekauft weil ich früher pro clubs hatten wir mal ein team und wir haben nicht diese online liga vom spiel gespielt sondern über whatsapp so angemeldete online liga das war richtig stark waren wir wir waren richtig gut damals aber jetzt halt nicht mehr so das davon aber wir sind schon spielt ah ok bis 20 krass ich habe die auch nie gesehen also wie gesagt wir sind jetzt mit blazen seit kurzem mehr oder weniger befreundet und ich schaue dann auch wir schauen gegenseitig mal so rein wie du gerade auch bei uns Marini war vorhin auch schon da ja Marini war hier ihr seid doch mega korrekt und ich muss ehrlich sagen ich schaue euch sehr sehr gerne zu weil ihr richtig geil spielt ehrlich also so wollte ich auch gerne mal dass wir spielen können aber das ist halt weil ihr auch endlich spielt und ihr seid halt gut eingespielt bei uns ist so ein bisschen wild wild west aber Cashy hast du gehört Paul hat gesagt der kommt jetzt in die neunte klasse der wird nicht so viel spielen können ich habe gesagt es ist einfach nur wichtig dass er ab und zu sagt training und einfach mal hallo sagt zwischendurch fertig er muss ja nicht Zeit haben immer spielen das ist ja gar nicht neunte klasse mit 15 neunte klasse mit 15 neunte klasse mit 14 ich bin der jüngste ach du bist sitzen geblieben äh du bist übersprungen nicht sitzen geblieben ja ich bin ein Jahr zu früh eingeschwilt worden ich bin 2015 weil ich ja wie gesagt das Thema Geburtstag habe ach soo aber wir waren damals sogar beim Kinderpsychologen und selbst er hat gesagt dass ich überintelligent bin also nicht so wie Maximilian ja ich bin aber auch ein bisschen überintelligent ne seh ich aber nix aber ich bin trotzdem mittelschule also ich bin trotzdem aufzüge Andrea stark Andrea stark Junge schieß da hättest du schießen müssen Andreas schieß ich stehe halt 1,2 auf dem Gummi ne 1,2 ja ja super ich hatte halbjahrzeug geschnitt 2,6 mit 3,4 oder 4,4 3,1 ich bin nie zur Schule gegangen nein Neko kennt das gar nicht ne ich bin über 70 Fehlstunden jetzt jawoll Junge das ist ein richtiger Mann ne ich hab wirklich oft gedacht mal war ich so eine ganze Woche krank und wenn man dann halt montags bis 15,30 hat mittwochs bis 14,45 ja guck mal die haben OP die haben OP die großen ich hab jeden Tag bis 15,30 komm fokus fokus hier welche Klasse bist du? elfte ja okay ich bin neunte Digger ja Murug was erwartest du? oder ich bin du sieben Hauptschüler da ist das Niveau nochmal ganz anders halt konzentrieren Leute komm bei uns ist gymnasium und Hauptschule zusammen so Leute 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 Fokus ja Neko geh mal damit zum großen her ja geht nicht ich bin zu klein alter der war drin der war drin da war ich ja die werden es auseinander nehmen die haben keine Chance hier die strachen Schütze die hält den Torwart echt komplett fest ey du kannst dir nichts erzählen ei du brauchst viel den Ball im Zentrum Neko wo bist du? da unten ich bin gelb ich hab dich nicht gesehen deswegen ich dachte du bist noch so unten in meinem Sichtfeld dass ich dich anspielen kann oh alles gut aber gegen die haben wir keine Chance weil die sind alle zwei Meter groß und geskillt da kann man rausgehen das macht keinen Sinn ja das macht keinen Sinn geht mal raus die haben voll geskillte Spieler und sind alle zwei Meter groß das macht keinen Sinn das ist nur verlorene Zeit und das ist schon aber ich glaub Paul denkt auch dass ich Ultra Deutscher bin geh mal RZM ich geh ins Tor du hast du vorher gesagt dass du hier Pole bist naja ja also aber ich red halt wie so ein Deutscher Heide geht rein ich hab halt Deutsche Leistungskurs angewählt ne komm Deutsche Leistungskurs Startespiel weil wir sind ja jetzt genug Leute im Feld ich kann eigentlich jetzt ins Tor gehen ich sag dir Neko ist ein Tor viel besser als als der Boll er ist draußen gut wegen dem Bild den ich ich gebaut hab aber im Tor mit seinem eigenen Bild ist er nochmal krasser ich hatte sag dir so Neko ich hatte äh oh let's know that's bei uns so bei uns so bei uns so bei uns so C Klasse so und man danach noch äh noch nachholen möchte also ein Set bei uns V Klasse und und sogar unser Direktor hat gesagt weil ich halt in in diesen bestimmten Fächer also Geschichte ne 1 hatte Informatik ne 1 äh und wirtschaft ne 1 äh und ich noch in Warte von 4 auf ne 3 komme da kann ich wie gesagt M Klasse nachholen und jetzt dauert halt auch noch zwei Jahre ne sehr gut aber ich werde auch ich werde eigentlich das Geld verdienen ich werde nicht mehr auf Mama und Papa angesiedelt sein ja das ist immer gut so Leute erst Fokus ja ich werde erwachsen werden ja das ist immer gut wichtig auf eigene Beine stehen ja und dann werde ich irgendwann eSportler bei Dynamo ja ne eSportler bei FC Neko so Fokus erst Leute genug private Sachen jetzt nur das Spiel hier komm vamos vamos Alter Digger welche Liga seid ihr? der dritte der dritte der geht weit vorbei so wie Osnabrück bald Neko nach links nach links nach links Neko ich seh dich du Hestiger Rostock aber auch übrigens das darfst du nicht vergessen wir sind aber auf Relegation ihr seid auf Relegation wir spielen jetzt gegen euch ihr Fischköpfe ja wir flackst mal so weg Alter ja träumen weiter Digger Kolke Digger der wird schlafen geschickt Junge wenn ihr Achmed Aslan nicht hättet Digger ihr werdet so Aljubst so auf Konzentration also seid ihr auch gleich Aljubst hier ach ehrlich sehr gutes Technik ey bei Rostock ist es scheiss egal welche Spiele ihr seid so oder so scheisse ja weil wir auch keine richtigen Spieler kaufen wir kaufen 30 jährige alte Säcke wie Verhög Fokus Fokus unser Karplaner Fokus verkaufen wir die an Osnabrück für 3 Millionen oder so und ziehen denen das Geld aus den Taschen nach links und Paul warum nicht zu mir komm genug private Sachen jetzt konstrieren wir Leute das ist rot holen ja war im Lauf war im Lauf du wärst durch gewesen rot eigentlich letzter Mann Andy spiel kurz Andy spiel kurz bitte spiel kurz spiel mich an Andy sehr gut Andy hat er auch nicht verdient was mach ich schon wieder ich will Andy anspielen jetzt geht wieder nicht ich hab irgendwie so einen Fluch wenn ich Andy anspielen will gefokus Leute nur Calls geben nicht jetzt Quassel bisschen einmal zeigen wie ernst wenn wir ernst spielen Müsst ihr ja sehen ob das harmoniert hier menschlich passt das ja perfekt alles ich rutsche die ganze Zeit auf meinem Stuhl ich wollte es auch gerade sagen Paul du wirst auf jeden Fall erstmal in die zweite kommen also machen wir das immer nicht dass du jetzt dann die Wunders oder sowas hast alles gut alles gut alles für den Lerneffekt aber wir spielen meistens eigentlich immer zusammen also eigentlich immer jetzt immer normal immer Junge irgendwo auf dem Feld ist ich bin mitspielender Torwart hey guck mal der andere Feld noch über mich drüber das ist ein hier was mal eine geile Parade von ihm gesehen ja das wechsel ich hätte jetzt das mit dem ja wieso steht das alleine Alter ja weil wir keinen Smaller haben weil Smaller ja Smaller deckt dann immer also das Zentrum wenn er sich an die Regeln hält ja oder er deckt halt die Eckfahne ne ja ist halt aber wirklich so bei Smaller Smaller wenn du Smaller nicht sagst wo er stehen soll dann deckt er die Eckfahne einfach mehr ja aber nur weil er seinen Spieler leveln will ja er wird kein schlechtes Rating haben ja genau hat er auch recht aber da musst du halt spontan spiel spielen er blockt die hereingabe jetzt bot schön ich bin durch ich lauf ich ajub ich bin ich bin halbschwarzer ich lauf kann das ich bin amerikaner genau wie kann oh mein Gott komm Ball laufen lassen Ball laufen lassen ich wollte auch spielen oh nein oh nein oh nein sehr schön olinowski alter oh 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 bisschen 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 Baklava ich hoffe der steht nicht im Abseits ja der nicht sehr gut komm Konzentration Leute wie spielt der denn so ein Arschball der Ball ist im Seitenhaus oh Paulinho ja ich muss vorne wieder ja vorne hat wieder keiner das kann doch noch nicht und wichtigste ist immer anbieten wenn einer den Ball hat muss der andere sich immer anbieten oh oh mein Gott mit Fuß alter ich dachte das ist wieder so ein Flutspringer wie gestern weißt du noch ja das war Ellbogen war das Ellbogen war das Ellbogen ich hab das gar nicht gesehen alter war Andy stark ja an die Front an die Front da ist dann am Ende niemand Fokus komm stopp stopp du weißt dass du im Stream zu hören bist oder ja also wirklich ich will an die Arbeit du musst wirklich gucken was du redest das ist mal wichtig an die Arbeit an die Arbeit an die Arbeit darfst du bitte auch nicht sagen das stand draußen am am Dings dran an der Dusche in der Kabine sag ich immer gerne so Neuer ist auch nicht so hört ihr das wenn er im Spiel sagt Neuer gerade bei mir oder höre nur ich das ja ne ich hab echt also quasi keine Namen Jokes oder was nein ich meine gerade das Spiel hat ja mein ich mein Torwart ist ja Neuer der hat gesagt Neuer der Kommentator hast du das auch gehört oder höre nur ich das immer ja man hört das aber ich hab mein Ton aus ok komm konstruiert der Leute ja beim Ballbesitz sehen wir ja ne gut 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 hospitals mit mir wäre auch lieber das er so aussieht aber dafür Tore macht vorne wir brauchen die come back qualitäten von Osterbrück ja Mann gibt's nicht das ist genau deswegen ich will jetzt nichts mehr hören nur noch vernünftig spielen jetzt andi egal Egal Junge, ihr seid genauso schlecht Andi ist Du bist nix besser gerade, Cashy Du bist genauso scheiße Nein, es hat mich überrascht, Digga Weil der doch eigentlich nur auf Andi draufgefallen ist Oder Andi hat sich die Luft gegrätscht Und der fällt auf ihn drauf und Andi kriegt die Karte, Digga Egal, komm Sorry, sorry Nein, jetzt sag ich gar nichts mehr Andi ist wieder raus, Alter Wieso ist Andi raus? Ist im Winter heiß Na ne, der geht einfach so manchmal raus Also wir wollen schon so Paul Ernst spielen Auch wenn wir so ein bisschen Spaß jetzt gemacht haben Aber im Fokus ist auch, dass wir gewinnen wollen Und ganz wichtig Alles klar, Andi, schlaf gut, gute Nacht Ja, da Sollt man mich? Ja Okay, passt Aha Fokus weiter Weil das sind schon so Ligaspiele, ne Deswegen Ich muss ein bisschen konzentrieren Was auch gar nicht geht, finde ich Ist dieses Mischen Zwischen Ähm, Männern und Frauen In einer Mannschaft, Alter Also die Die können ja Frauenfußball reinmachen Aber dann einzelne Mannschaften Für sich Aber nicht mischen, Alter Das ist doch voll unrealistisch Das passt gar nicht Danke dir, BS20 Aber trotzdem drei Tore kassiert Ich probiere so mal ein bisschen mitzuspielen So anspielbar zu sein Aber bei mir ist halt BS20 Ich bin ja 39 Wird 40 Das ist ja Irgendwann geben auch die Reaktion ein bisschen nach Ist ja einfach so Du hast halt mit 39 Nicht so Reaktion Mit einer mit 16, 17, 18 Also Gaming Er sucht die Anspielstation Gut zugemacht bei dieser Chance Schön Schön gespielt Und zurück Oh, Cashy Ding stand in der Mitte frei Paulstein in der Mitte komplett frei, glaube ich Wenn ich das richtig gesehen habe Ja Stimmt schon Aber Das war Das war scheiße von Cashy Boah, Junge Ich werde voll weggehauen Der Cashy ist so Wenn er sauer ist So wie gerade Dann will er zu viel Ist halt sauer Aber Der will jetzt irgendwas beweisen Und dann will er meistens zu viel So Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren Schön gespielt, Leute Schön gespielt Richtig Komm weiter so Sehr schön Auch wenn er so Wenn er so ruhig ist Dann will er sich auch bemühen konzentrieren Das ist halt so wichtig Wir können nicht ganz Also Quatsch Klar, du bist neu Man muss sich ein bisschen kennenlernen Aber so im Spiel Hauptsache Calls Nur so geben Also wichtige Sachen Weil ich hab wirklich kurz gedacht Er passt für Abseits Ja, hab ich auch gedacht Er ist Oh Aber du musst ja perfekt In der Milizien Geht mal Ja, genau Was mir auch auffällt Wir wollen es immer viel zu schön spielen Ja Das eigentlich spielen wir nicht Dieses schöne Eigentlich machen wir immer Einfach Ohne Skills Einfach nur Pass, pass, pass Tor So kommst du am weitesten Dieses Skills machen Das bringt gar nichts Verlies man Ball Das bringt gar nichts Null Wir haben einen neuen Spielstand 4 zu 1 Er wird auch gegen Tore Immer kassiert Er stand alleine Vor meinem Tor Aber das ist halt Wenn du mit Bots verteidest Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen Guck mal Die spazieren so durch Alter Die Chance Der muss bei uns schon Sie block diesen Ball ab Schön, ich fühle mich gerade Wie so ein durchlöcherter Käse Hier im Tor Boah, wie die Fans abgehen Da Andy gerade raus ist Kann ich ja wieder mit Du ins Feld gehen Soll ich dir in Stimme gehen? Ja, kannst du hören Du willst Da ist der Ball jetzt weg Guck mal, schön wieder Alter Junge Alter Ich werde hier bombardiert Mit Schüssen Aber ich habe fast keine Ausnahme Ja, das sieht man Ich bin schon zu viel gerannt Alles gut Das ist normal Wichtig ist, dass du da sagst Dass man Bescheid weiß Ja, die spielen aber auch Wirklich perfekte Pässe Ja, das ist Skills halt Weil die Spieler gerevelt haben Das kann jeder Nur der Spieler ist Lass mal rausgehen Alle raus Hä? Ich dachte, das ist Feierabend Ich dachte, war Abpfiff, Alter Vorteil, Spiel doch weiter Ja, und das ist auch gut so Und dann kommt der Pfiff doch noch Freistoß Und das ist natürlich jetzt Die Gegner, die spielen auch Jetzt auch ganz schön aggressiv Ja Ja, du merkst schon Unterschiede Ob du dritte Liga, vierte Liga spielst Fünfte oder zweite, erste Das ist schon ein mega Unterschied Deswegen erste, wir sind wir Zweite, das sind wir viel zu schlecht für Das ist unsere maximale Liga gerade Aber dann wird doch nichts raus Okay, nicht da selber Wir kommen nicht zum Schuss vorne Und der Gegner, der steht hier allein Jedes Mal vom Tor, Alter Wir müssen echt nur so Du musst halt wirklich Spontan spiel Level dein Spieler Weil so ist es echt kacke Mit 80 Du musst da ein bisschen was für tun So Hausaufgaben quasi Nenn ich das jetzt, weißt du? Du kannst halt nicht nur leveln, wenn wir Liga spielen Alle raus? Ja gut, das Ding ist halt Wir haben halt keinen Flügel Wir können halt keinen richtigen Spieler vormachen Eigentlich warst du ja so Flügel, aber dann haben wir auch keine Mittelfeld Das ist halt so Uns fehlen einfach Uns fehlen entweder Spieler oder einer, der alles steuert So wie bei Wlazen Ja, die anderen vier Leute Einen, also drei vorne und dann halt der in einem Ding Aber wie gesagt Entweder brauchen wir einen, der alle spielt So wie bei Wlazen Oder halt Oder halt Spieler Ist halt arsch schwer, wenn du es nicht kannst, ne? Ja, ist so Das muss schon einer können Ich meine, ich könnte es halt probieren, so Aber Weiß nicht Eins ist das, was für Leute die Ultimate spielen Die müssen das Ja Ich habe lange Zeit Ultimate gespielt Aber jetzt nicht mehr so aktiv Aber ich schätze mal Verteidigung ist dann auch schwer, Alter Dann die alles im Blick haben Das Ich finde das so entspannt halt, so, ne? Einspiel, deswegen spiele ich Pro-Klaps, weil ich keinen Bock habe Alles da Das macht ja auch Spaß Alles nur Vorhin hat man echt zu viel gequatscht Und dann wird das irgendwann anstrengend, finde ich Als alter Mann Für mich, wo ich Das sollte nicht böse nehmen Aber für mich war es einfach nur anstrengend Euch zuzuhören Und mich zu konzentrieren Ich stehe auch auf Arbeit Immer wenn die zu viel Lava, Musiker machen Da habe ich so Jungs, Alter Mach die Scheiße aus Ich muss mich konzentrieren hier In meinem Alter geht nicht mehr beides Wo du recht hast, hast du recht, eigentlich Du bist das voll anstrengend, Alter Das Ding ist halt Ich weiß nicht, was bei mir los ist Ich bin am Gegner vorbei Aber die Gegner kriegen auf einmal 99 Sprint-Tempo Holt mich aus Weiß, was ich 60 Kilometer ein Ja, das ist das Spiel Keine Ahnung Prach mal, Onkel Haris Prach mal, wie findest du Warzone und FIFA Da wird ja schon was zu sagen Das geht bei das Matchmaking, ne? Ah, stopp Brech uns ab, bitte Ich muss noch anderen Spieler nehmen Da jetzt Okay, Heide Kommt noch ein, zwei Spiele Bis 11 Uhr Und dann reicht's auch Und wie gesagt, Paul Du kannst auf jeden Fall da bleiben Das passt alles Du musst halt Deine Hausaufgabe ist Wenn du wirklich Dass das klappt alles Du musst spontan Spiele spielen Auch wenn wir nicht streamen Wenn du mal Zeit hast Damit du deinen Spieler levelst Weil nur hier leveln im Stream Das funktioniert einfach nicht Das Problem hat Andreas ja auch Ja, wie gesagt Ich hab jetzt eh Nach dieser Woche Zwei Wochen Ferien Da Dann genug Zeit finden Ich hab nach der Woche Auch eineinhalb Wochen Aber ich bin Die Hälfte nicht da Da kann ich mich schon mal abmelden Ja, ist gut Ab Mittwoch Von Mittwoch bis Dann die Woche da drauf Dann die Woche da drauf Wenn, sag ich mal so Cashy und so nicht da sind Paul, dann spielen wir Spontanspiel zusammen Geht ja auch Ist ja das gleiche Nur, dass dann Von fünf Leuten Dann zwei wir sind Und drei andere Aber ist dann halt so Oh mein Gott Macht ja auch Spaß Aber es macht keinen Sinn Dass wir mit FC Nerko spielen Wenn Cashy fehlt Oder halt wichtige Leute Mal schauen, wie hier ziehen wir Als wir mal besser zurecht kommen Ja, bei dir ist wichtig Bei dir ist wichtigste Level Paul Du musst leveln Das ist deine Hauptabgabe Erstmal Weil mit 80er Spielern Du bist so total Ja Zu schlecht Ja So gesagt Ja, du kannst nicht Also mindestens 83, 84 Sollte ich auch gesagt Genau Ja, der Abpraller Direkt neben vor die Füße Das ist so Und halt um diese Uhrzeit Sind halt alles so Wie ich es, Alter Wir spielen Die Leben von FIFA Und das ist normal Je später das wird Desto krassere Gegner Kriegst du einfach Ja Wenn dann auch die ganzen Amis und so aufwachen Ah Und dann ist rein So Ah Mein Gott Ich wollte quer passen Hätte ich mal geschossen Normalerweise schieße ich immer Aber ich wollte dir ein Tor schenken Irgendwie Irgendwie Die macht das Unmögliche möglich Weil die sind halt nicht so stark Wir können gewinnen Nur halt vorne sind die stark Weil die mit 5 Leuten Stürmen gefühlt Ja Aber da filmen die keine In der Defensive Wir eigentlich auch nicht Ne Also hier habe ich schon viele reingemacht Hä Wieso nimmt der dir die Hand Der Bot Was ist das denn Hast du Was hast du für den Kopf Weil mir hinten ein Kopf Alter Jawoll Nein War scheiß Winkel auch Ja jetzt kannst du mal versuchen Bist deiner groß? Ich bin 1,97 Ah ok Gut Scheiß doch Ganz energisch Das nächste Mal weiter weg vom Tor Das ist es vielleicht Jawoll Geht doch Ja 1,97 Taktik Ja Aber es ist gut Dass du so groß bist Gut zu wissen Also wir können dann Cashy Auch mal reinflanken Ja man braucht Ein großer Spieler Vorderen Ja ist so Das ist wieder unentschieden Der Spielverlauf ist völlig offen Ja ist er Kannst du ihn nicht übertreiben Ne Er ist gerade sehe ich In seinem Film sozusagen Ja Ist auch gut Meistens spielt er gut Wenn er sich stummt Ja genau Bleib mal da Scheiße Ist zu lang Glaube ich Geh Cashy Geh mal rein Geh mal rein Oha Juro Tag Geh Cashy Geh Nein Ich bin da nicht hingekommen Alles auf Feuer mit Gegnern Naja Alles gut Komm Bot Junge Wieso lässt der Bot den jetzt so vorbeilaufen Warum Warum geht der nicht in Zweikampf Warum geht keiner in Zweikampf von den Bots Das ist das zu viel Da würde ich ihn jetzt am liebsten zusammen scheißen Geh 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 Faul alter zwei Fouls hat er gezogen Der Ball ist wieder weg Sehr schön Unser Innenverteidiger Smala Der ist so groß Der ist zwei Meter Und so dick Ich schwöre der steht nur Nein Flüssiger Ja ich schwöre Auch schwarz Der steht Der steht nur Das war Ball gespielt Alter Der steht nur Der Gegenspieler läuft gegen den Und wir kriegen kassieren Elfmeter Weil er umgefallen ist Das hat man gestern zwölf Meter kassiert Weil einfach gegen ihn gelaufen ist Der Gegenspieler Ja guter Freistoß Der geht direkt in die Mauer Erstmal keine Gefahr mehr Gut gelöst Neuer Musst du ein bisschen frei machen hier Stark Stark Junge Dein Kopfball ist wie Wie bei manchen Vom Fuß der Schuss Alarm Ich schwöre Ach Nein Warum nehme ich den Arm Und schieße ich direkt Das klappt manchmal nicht Das ist Schiefer Alter Das hatte ich ja vorhin auch Das war schön vorliegen Bis der Ball perfekt liegt Und dann kann man schießen Scheiße Er hat mich gelesen Er war in deinem Kopf Ja Nein Nein Sehr schön Ja Ja So ruhig Leute Und so vor der Halbzeit 2-1 Hauptsache nicht kassieren Das ist wichtiger gerade Wir haben so oft In der Nachspielzeit Tore kassiert Ich habe direkt geschossen Was soll ich machen Also wenn wir nicht gut Dann liegt es eindeutig An der Chancenverwertung Das kann ich sagen Ja ist so Aber das Problem haben wir sehr oft Alter Ich glaube die Gegner sind Ich glaube Ja okay Ich glaube bei dem Legt es sich an hier Ja Wir haben echt Wir haben sehr viele Spiele Verloren Weil wir einfach Die Chancen nicht machen So wie ich gerade Aber wenn ich das Richtige Rating habe Dann bin ich Dein Gefühl Torgarant Ja Also quasi Pro Spiel Mindestens 2-3 Torre Aus allen möglichen Positionen Ja Das passt schon Du machst das schon gut Vor allem Du hast echt Echt ein Scheißspieler gerade Aber das Kopfball Vorne Also eigentlich bist du Mit dem schlechten Bewertung besser Im Sturm Weil du musst nur Groß sein Ja Und kräftig Als Sturm Da musst du halt alles Auf Tempo Und Schießen machen Ja Und vielleicht noch was Physis Oder ansonsten Oder ansonsten Wie groß du bist Fällt voll auf Alter Ja sicher Ja jetzt sieht man mich auch Ja du kannst das nicht Wie ich Doch Junge Alter 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 Ja Aber ich glaube Du war noch mal Bisschen besser Als deiner Ja Du war auch viel Länger unterwegs Alter Das ist schon eine ordentliche Entfernung Aber da stimmt Ein halbes Licht Ja Das war wie Andi Ja Du macht Andi Immer Und wenn ich da noch Playstyle hier Kopfball Also hier Paul Kopfball Also ich glaube Dann Dann sind schon Kopfballtore Garantie Warum legt er sich So weit vor Aber so groß Wie du hast Du kannst das nicht Mitteilen Das ist zu groß Boah Wie muss ich so spielen Cashy Schieß Schade Der hat kein Anspiel Der hat da Kein zum Anspiel Haben die gut verteidigt Wie kann der noch So schnell sein Alter Jetzt verlieren wir nicht mehr Wegen Chancenverwertung Das ist schon wieder zu hoch Die 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 konnten uns einfach Eiskalt aus So die Wacken Für uns so Fehler Die haben halt so Kleine schnelle Spiele Alles halt Die sind alle so klein Schnell Guck mal Der läuft einfach durch Alter Ich bin hängen geblieben Am Spieler Egal Ist noch nichts verloren Komm Guck mal Wie schnell die sind Alter Ist noch faul Alter Wir hätten Erfmetter Kassiert Bei sowas Wie Decker Mein Gott Bei uns geht das nicht Bei ihm geht das Ja Juck Decker Fick dein Spiel Decker Ich kann nicht mehr Aber Spieler Ist tot Ich installiere Einfach Gibt's Cheats Einlich Bei FIFA Keine Ahnung Dass jeder Schuss Reingeht Weil trotzdem Deine Auswahl Lauf doch Alter Alter Wir gendern nicht Hey Er ist Zurückgespielt Heide 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 Nenn mich dein Assistgeber Ah sehr gut Komm Weil ich einfach hinterher Gehe Weil ich der Eklige bin Weil ich auch an die Grenzen Gehe Bist du auch Etwas an der Im Berge Rauch Du bist Fokus Fokus Leute Komm Fokus Tschech Jetzt Alter Wunderbar Nicht mehr Nicht mehr Boah renn Alter Oh bitte Bitte Ich kann nicht mehr Schade Ich auch Ich hab schon Da gibt es doch Nicht Alter Der ist groß Wir müssen über ihn spielen Ecken Und dann konnten wir uns so direkt aus Ja Ich kann nicht mehr Alter Zum Glück hat er kein Ziel Er macht Nackel Okay Oder du Ballern Du bist groß Du kannst dann weiterleiten Mit Kopf Ja Jungs Ich prob mal ne Anspielstelle Über bot Ja Robo wir müssen da vorne spielen 82. Minute Ja machen wir doch Siehst du Ich hab auch über bot Oh Bruder Ich werd durchgewies Egal weiter weiter Bruder Geht nicht mehr Ist Controller Bro Ist nicht Relive Wir sind bot zu dir Und rennen Wir haben noch Zeit Wir haben noch Zeit Ey Die Klammer Also Da ist der Spieler Noch zu langsam Von Paul Für solche Bälle Ich bin 1,97 groß Und wiegst 60 oder 70 Kilo Ich hatte ja keine andere Möglichkeit Ja das ist gut Ja Schimpf ja nicht Ja auch mal senden Einfach da jetzt Sehr gutes Take-Tank Das war wichtig Nicht gehen Ball laufen lassen Du kannst das nicht Mit deinem hässlichen Spieler Scheiße Ich kann mir nicht anbieten Ein Angriff noch Bitte Nein Und dann zu ihm Bis mit La Alhamdulillah Warum zu ihm Ja sicher Mit der Grecia kriegt er den Was Ja sicher Egal wir waren gut Wir haben gut gespielt Ich sag dieses Spiel Er gewinnen können Komm ein Spiel noch Komm Leute Direkt weiter oder Das war gut Das war okay Das Spiel Also wir müssen gucken So Paul wie sein Spieler Gerade ist Den können wir nur Zum Abstauben benutzen Vorne Ja Weil der kann ja nicht Laufen Nichts mit dem Das ist nur Richtiger Andreas Ja Dieses Spiel Ist so Ayub gewesen Ich war vorne Ich war hinten Da konnte ich nicht mehr nach vorne Weil ich keine Ausnahme hatte Ich hätte Ich hätte noch Einen mehr machen müssen Tor Durch meine Chancen Also eins hätte ich Machen müssen Naja ein Der eine war Zu knapp Und Ecken Wie dich hoch Ich habe überhaupt Drei oder vier Kopfballchancen Ja Und ich versuche Ecken versuchen wir Zu flanken auf Paul Weil er ist echt Kofferstark Der Paul muss Mein nächstes Spiel drücken Achso Da haben wir alle Ja geht nicht Wenn wir jetzt Aufrängt Aber warte 3 Sekunden Geht automatisch Ist das so Ja 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 Oder soll man rausgehen Ah jetzt Nein geht schon Ja das war schon Gutes Spiel Aber du siehst Du siehst Paul Es ist einfacher Wenn wir nicht so viel Quasseln sollen Nur auf das Wesentliche Ja Ja Bist du morgen auch live Ich musste jetzt Bisschen öfter Weil mir fehlt Bisschen Watchtime Also wenn ich Stream wäre am besten Auch wenn du auch Mit deinem Handy Oder so Den Stream Offen hast Weil ich brauche Watchtime Alter Wenn du dann auch Mitspielst Wenn das geht Irgendwie Ja wie gesagt Also ich habe Montags und Donnerstags Training Von 17, 30 Bis 19 Ja ich muss auf jeden Fall Ein bisschen öfter FIFA Auch wenn ich da nicht so wirklich Bock zu habe Aber wegen In dem YouTube Kanal Weil meine Community Sind hauptsächlich Wegen FIFA Hier Ganzen Abonnenten Warum wie heißen die Nee einfach so Achso Ich meine ich habe zwar sechs Tore Anscheinend in den letzten drei Spielen gemacht Also Paul wenn du auch kannst Lass irgendwo den Stream laufen Das wäre ganz cool Wenn das geht Wenn natürlich Sonst nicht Ja Komm let's go jetzt Nein das war Irgend Abseits Aber ganz knappes Geschichte Was ist bei dir Warum stehst du da rum Was Scheiße zu lang Jetzt geht Jetzt geht es wieder Mein Internet ist gerade durchgedreht Alles gut Haben wir zusammen Haben wir mal das Internet Also der Botzer haben Bock Und ich habe einen großen Oh schade Nicht so Wegen Streamen Nicht sowas reden Ja Cashy Ah Gibt es doch nicht Oh schade Und noch eine Ecke Also Cashy Stell ich mal wieder dahin Entweder mache ich Genau So jetzt mache ich auch Dings Weil die decken alle dicht Oh ich habe kein Netz Kein Internet Oh 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 Ja wohl Was Neko Stink 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 Schreib dir die Zeit auf Das ist also 3 Stunden 18 Merkt ihr das Du kriegst du ein Short Paul Da kriegst du ein Short Stark Das war dein erstes Tor Und dann auch noch so ein schönes Ja Aber das wurde als ein Tor gewertet Nein Irgend nicht Egal du kriegst ein Short Jugo Cashy Der Short mit Dass du Gekündigt wirst Äh Der hat meist Der hat über 5000 Über 5000 Watchtage Klicks Stark so Ja wenn ihr Kapitän rausschmeissen willst Ich mache ja immer Shorts von den Streams So Bestimmtes 10 Blanker kommt nicht durch Nein der geht rein Nein geht er nicht Ich bin unten komplett frei Ich bin unten komplett frei Nein wieso zurück? Hier kommt Abdullera, Mahmoud und Klautiball Und Paul immer wichtig wir spielen immer so wie wenn wir zurückliegen auch jetzt immer voll Fokus Ja Nicht nachlassen Wir spielen immer so wie wenn wir zurückliegen Ja Wolf ich glaube auch die können hier nochmal rankommen Weil wir wollen ja auch was erreichen Ja No Clubs Genau weil du weißt ja wie in FIFA schnell Spiele gedreht werden Ja Das wäre nur gefährliches Ergebnis Scheiße Hätte ich vielleicht passen müssen Wir haben auch 3-0 Spiele verloren Wo wir 3-0 gefielten haben Es ist ja wie ein Ultimate so Ja Das Spiel werden wir verlieren Alter Ich schwöre Bis jetzt schon kommen Wir müssen jetzt ganz wichtig Tors schießen Nachspielzeit oder so Es wird ekelhaft Es wird so ekelhaft Aber du bist wieder abseits gewesen Bruder Pass bitte abseits So Weil ich mache schnelle Pässe Und ich habe gerade dich gesehen Deswegen muss ich mich verzögern Und habe dann verkackt Ah 2-2 Fokus 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 Der Torwart ist so klein wieder Man ich bin zu klein Wie viel so ein scheiß Sorry Cashy Hättest du beim Bot machen müssen Du bist viel im Abseits Pass auf bitte Paul Ey Aber ich achte halt immer so Also ich bin jetzt immer so Auf Abseits Kante Aber gerade habe ich die paar Mal Jetzt geht es ja schnell zu werden So eine Versorgung Ich habe jetzt nicht immer aufhören Nein 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 Es wird kurz zu Toll Mit 2 Meter Stürmer wieder Scheiße Mann Ich wusste nicht wie ich passen soll Sorry ja die machen nur sowas alter das ist so dass sie so op in diesem spiel diese flanken weiß nicht warum wir so ein spiel an die haben wir so flanken kann du musst eigentlich das spiel auf blanken und wie jetzt nur halt noch zusätzlich blanken macht doch halter ja sicher steht hinter mir ich habe jetzt schon wieder zu sein die machen noch zwei tore also wir müssen tor schießen das verlieren wir 42 hat der spieler ist halt sehr langsam ist ein bisschen problematisch die hand zu spielen ach scheiße mann alter ich kann nicht mehr hin und her laufen im tod ja die das sind wir haben halt gegner in der dritten liga die am komplett geskillte spieler kummer jung was für ein abschlag der torwart macht junger gibt mir doch rot wir haben halt immer gegner die haben alle 88 bis 90er stürmer dann kommst du halt mit 80 deswegen ist das schwierig du musst unbedingt spontan spiel spielen freistoß aus der distanz aber echte gefahr kommt nicht auf genau vorder du ballern dann kannst du vielleicht zu mir rüberkippen oder zu cashy perfekt genau die haben die die haben die die nutzen die op op ist ja flanken und dann dieser starke kopfball spieler aber du brauchst ein spieler der franken folge levelt hat und einer der kopf spieler folge levelt hat und dann machst du jedes spiel frucht wurde das ist halt so schlecht in dem spiel weiß nicht ob das ultimate team auch so ist aber wenn man mehr fans hat werden die bots auch besser das heißt es kann sein dass auch die bots und dann gegner hat das ist auf jeden fall auf jeden fall bis 20 unsere haben irgendwie 80 81 ganz schwach wie stark ist unsere bots stärke die zweite spieler das ist gestürmt sie müssen aufpassen jetzt im spiel aufbauen junge die schießt sich gegenseitig handeln steht hier unten komplett bei alter scheiße unsere botzen sausa schlecht im vergleich zu den punkten gegnern und das liegt daran dass sie viel zu wenig aus ihren chancen machen also das muss besser werden die flanken rein schade die flanken kommen nicht schlecht ein richtiger andreas da fehlt dann so ein bisschen das glück aber da hat man auch wieder denken kann das abseits zwar ja ja tor konter der torwart gibt alles da hier die ist mit langer haare ja genau ja glaubt aber nicht das ist wirklich ach scheiße da treffen wir solche bälle nicht alter die man kann sie wieder an der ersten pfosten war ich glaube die raus nach kann dings da gleich probier mal jetzt auch scheiße zu kurz absetzen was macht mir dafür pass alter klasse wie er dahin geht ja ach man wozu bot läuft einfach dran vorbei alter wozu botstamm kein bock oder du wieder anpa schade ich war zu dir cash ich sehe nie warum das so weit schön flank rein wir sind oben gibt es doch nicht bei dir fehlt nur präzision ich schwöre aber das kommt wenn du es killst was scheiße ich brauch dich ein haken wir zu viel so sehen die fans bvb alter junge was ist das 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was sich noch tut ach man kommen wir liegen nur ein tor zurück weiter immer die gleiche tore ein großer spieler der es gelettet auf 90 oder so einer der kann flanken dann schießen die vier tore so und so war jetzt bisschen eigennützig Du bist verletzt, Bruder. Ihr schafft es nicht mal gegen Bot, Alter. Sie holen sich hier den Ball. Sick der geht. Vom wenigstens 4-3 noch rausholen. Aber ich kann nicht mehr laufen, Alter. Ich auch nicht. Ja, natürlich eine gute Parade. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Aha. Ich wollte eigentlich verhängen auch. Ja. Guck mal, ich höre jetzt in den Ballwerk und vor die Füße vom Bot. Man, der scheiß Bot, Cashy läuft da vorgegen. Egal, ist halt so. Ich finde es nicht schlimm, wenn man so verliert. Klar, man will mal gewinnen. Aber wir haben halt keine Chance gegen diese Taktik, die spielen mit dem Stürmer da vorne und die Flanken. Die Spiele verlieren wir immer. Immer. Die Mannschaften, die einen starken, großen, kräftigen Stürmer haben und gut flanken, gegen die haben wir bis jetzt jedes Spiel verloren. Guck mal. Weil es halt, die schießen so einfach Tore und wir schafften es nicht mal einen Pass zu spielen, wie gerade. Guck mal. Der steht einfach mit seinen drei Metern da vorne. Der Bot schießt ihn an. Ich kann gar nicht hinterherlaufen, Cashy. Cashy trifft auch eigentlich besser. Jeder Abpraller landet beim Gegner. Wenn der den Pass bringt, dann wird es gefährlich. Wollen wir noch eins machen? Direkt? Cashy? Komm, Cashy. Aber wir haben gut gespielt. Wir haben gut gespielt. Nur der... Es war spielerisch ja unser bestes Spiel bis jetzt. Ja. Ja, wir haben Chancen liegen lassen. Das Problem ist halt Paul ein bisschen mit seinem Spieler, weil der kann halt nur... Klöpfen. Der ist halt noch nicht gelevelt. Aber das ist ja nicht... Das ist ja kein Vorwurf, Paul. Das ist aber nur, weil da einer erst stärker achtzieht. Ja, ich weiß. Und äh... Und wir haben halt viele Chancen. Da schießen keine Fehldown auch. Ja. Wenn ich den Ball richtig habe. Ja. Und wir haben halt viele... Fieldpässe und viele Chancen noch wieder liegen lassen. Dig, ich werde halt dauerhaft gepresst von den Gegenspielern, weil die keinen Bock haben gegen mich zu spielen. Da hab ich keine Anspielstation. Der Bot steht halt immer ganz komisch hinter den Scheiß... Dings, Alter. Was sind das für geile Trikots, Alter? Was haben die für geile Trikots, Alter? Geh ich, Alter. Jetzt fack ich mich richtig ab. Ich hab nie Anspielstation. Richtig Trikot schon sehe und den Namen. Da weiß ich schon, was das für ein Team da ist, Alter. Äh... Und Ultimate Team ist genauso Flankenverge in Scheiße. Ist das so? Ja, du stellst dir vorne einen großen Stürmer rein, pflanzt den Scheiße rein. Die ersten drei, vier Wochen wurden nur so gespielt. Wenn du keinen großen Innenverteidiger hast, die auch noch amnähernd schnell ist, dann hast du halt verkackt. Ja. Wir sind natürlich live dabei. Konntest du eigentlich dein ganzes Team abstoßen? Also Wladzen sagt ja auch, das Gameplay ist voll für den Arsch bei den Pipa. Ja, ist auch so. Ja, komm, wir machen das Spiel realistischer. Ja, jeder dritte Ball bounced ganz komisch zum Gegner. Ja, realistischer, egal. Und jede Flanke geht... Wenn du einen großen Stürmer hast, geht rein, Alter. Egal, komm, Fokus. Problem ist halt auch Verteidigung, Alter. Ich freue mich morgen auf Arbeiten, ob ihr das glaubt oder nicht, ne? Es gibt so viele Menschen, die hassen Arbeiten, ne? Ah, das ist wieder. Guck mal, wie groß der ist. Das wird genauso. Ja, das wäre der auch wirklich perfekt erwischt. Guck mal, wie groß der ist, Alter. Immigrant, geil. Leider hat Immigranten stehen. Ah, wieso kommt so ein Ball mal nicht an? Aber ich habe halt Flanken gar nicht ausgelevelt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Die haben aber auch geiles Stadion, Alter. Ach, Mann. Hm. Gessi, wie stark sind unsere Bots eigentlich? Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reisen. Und die 80? Guck mal, wie groß der ist. Die haben zwei riesen Stürmer. Zwei Stück. Schön gespielt. Ja. Nein. 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 So unglücklich. So unglücklich. Die spielen auch alle Spieler. Das auch natürlich. Nimm den Großen. Das ist aber zwei Große, das ist das Problem. Genau. Schön. Ah. Prallt abdreft ihn für die Füße. Der ist schneller als Ronaldo und Messi zusammen. Ah, der Doppeltag aber schön gehalten. Der, das war natürlich wichtig, ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Geh, Cashy. Geh, geh. Schade. Da will man einmal mal probieren zu schießen. Egal. Nicht schlimm. Alles gut. Weil das wäre jetzt so eine Situation gewesen, da wäre er bei mir jetzt 900 Prozent hin. Klasse Balle, Obo. Hast du Cashy? Nein. Cashy macht solche Dinge eigentlich, Alter. Ich glaube, der war überrascht. Das ist unser Problem, Alter. Wir haben einfach so viele. So viele Chancen, wo wir aber nichts draus machen. Der Gegner macht diese Bälle alle rein. Alle, die wir versammeln, die Gegner macht die rein. Die flanken halt nur hin und her, weil wir zwei diesen Stürmer haben. Zitter, Mann! Zitter, Mann! Zitter, Mann! Das ist so. Ja, Mann! Oh, da ist's ja erschill. Zitter, Mann, Stürmer. Jetzt ist es ja erschill. Vorher hat er mich weggehämmert. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ja! Jawohl! Das war die Taktik. Komm weiter, Fokus. Die spielen eklig, die spielen eklig, wir müssen auf die Stürmer nach vorne. dass wir denen nichts ankommt vorne noch nicht aber du weißt ja wenn das spiel das spiel drehen sein eigenes spiel schickt den cash nein ist so gut gelaufen nein nein der ball prallt ihm direkt vor die füste guck mal was für ein schuss der hat bitte level dein spiel also ist echt gut weil du musst level uns im fernsehen eigentlich ist nur ich und cash die wirklich gelevelt haben wieso geht da keiner hin von den bots jetzt nimmt der unheil sein lauf ich schwöre wenn du den gegner siehst du weißt genau dass das so enden wird das spiel schießt noch zwei drei toren vielleicht so die brief und siege geben perfekt moment vom verteidiger gelöst geschehen sagte will ich vor willst du noch ein spiel machen oder was jetzt du das wissen bringt auch nichts alter wir brauchen den vorne wie soll ich anspielen wenn du die frau bist wer haut mich um fahne wird gehoben jetzt hinein du bleibst nicht du bleibst da wo du bist was bringt nichts ich habe dann keine einspielpositionen paulus egal was zu enden spiel wie steht es überhaupt die in discord rein du assi alter komm wir drehen das noch steht nur 3 1 kommt das raus geht was raus geht es macht keinen sinn alter wir spielen gegen zwei spieler die zwei meter großen vor dem stuhl also cash wenn du noch eins spielen willst paul dann aber normal nicht cash in innenverteilung das bringt ja gar nichts ich glaube cash will noch eins jungs halb zwölf gleich müssen schlafen gehen was macht die börse alter hat schon zugemacht das habe ich gar nicht mitgekriegt alles im grünen bereich das ist aber das erste spiel jungs ich muss pennen ja genau cash das ist das wir brauchen stürmer der zwei meter groß ist 90 tempo das fußball vom allerfeinsten verspricht gleich kann sie endlich losgehen ja wir haben auch schon wieder wenn du sie guck mal wie groß der schmierer ist da vorne das ist so extrem bei pro clubs so extrem wir sind am anfang so gut die ersten 10 20 minuten und brechen ein wir haben uns die angst vorliegen keine ahnung die finden zum spiel was ist das für ein ball gewesen alter liebster mod und führer wieder darf man nicht sagen oder ich darf das an so ja gibt ihnen doch das so wieso so geht der torwart nicht aus dem tor aus und schenkst ihm gleich das so ich spiel mit fünf stürmern nein wärst du gelevelt alter hättest du den soli hier reingemacht ich hab gerade türkisch r1 du musst einfach nur leveln ein spieler alter du hättest schon fünf tore gemacht in den spielzeit die wir jetzt spielen deswegen das ist deine hausaufgabe wenn du bei uns spielen willst ich erpresse dich einfach das macht darauf in verteidiger sie haben platz auf außen egal okay du gehst wieder erst davon aber ich bin das gar nicht bank rein bank rein wo läuft sollte ich runde oben bei der eckfahne alter ich hab nicht mehr gewusst wo ich bin ich tanze mal runde mit cash ich bin jetzt noch ein fahne kommt trotzdem weiter weiter das ist etwas dass der coach nicht fassen kann das darf nicht passieren so wieso jeder ball prallt zudem vor die füße alter stark ist zurück geh wieder zurück zu dem bot torwart ich bin jetzt mit zweien verteidiger hast du auch mann das war wieder mist cash ach schade gut ich höre ich mache zu viele tore eigentlich das ist unser bester torschützer aber irgendwie klappt das grad nicht so das sind schüsse die wir müssen rein oh nein es wird schon drei gegner vorwart alter guck mal dieser herde die da rumläuft mit fünf stürmern ja die ganze zeit auf augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum ausgleich ja jetzt können sie noch jetzt starten ball kommt in die mitte wichtig dass er da eingeht ja das hätte nicht gefällig werden wird er hechtet dahin lässt nichts anbremsen sehr dribbel stark da sehen wir es wieder ach scheiße ich hab gar nicht mitgerechnet dass ich den kriege cash ja mann ja mann wir müssen hinten aufpassen cash konter mach defensiv 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 oha genau ruhig sie suchen die lücke gibt jetzt einige optionen das könnte was werden schießt geschießt schießt schießt das ist sensationell so ist eigentlich cash immer drauf das spiel wird er so schnell nicht vergessen wenn er gut drauf ist aber weiter das ist auch 4-2 verliert man bei uns ist alles möglich ja der spieler ist einfach tot alter noch gar nicht nach vorne laufen jetzt schon und jetzt haben sie den ball doch verloren ich hab auch nicht mehr so viel auszauern ich schwöre man das nicht weil ich kann noch ein paar sprints machen ich kann noch ein paar sprints machen man sieht immer wieder sie sind diesen tick schneller kreativer gefährlicher also es deutet alles aus eigen ich stehe nicht so fordern bitte bloß nicht vor der halbzeit Anschlusstreffer schön gefordert schön geh einfach du bist wie ein monster alter schieb den weg schieb den weg schieb den weg ramm ihn dann black in den egal du weißt schon wo war das gut dass ich ihn gekriegt habe da sehen wir die tafel da sehen wir die tafel faul faul man faul er wollte weiter laufen lassen entscheidet jetzt aber auf freistoß nicht nicht raus schießen mach kurz oha junger jawohl jawohl gut abgepfiffen richtig sonst wäre das ein kontakt gewesen ja wir müssen fokus auf beteiligung wir beide cashy du bleibst vorne weil du bist tot ja wir brauchen hier vorne neiner ball ok neiner ball jawohl rot rot alter er hat sich umgebracht ach aber nur im spiel ja das war scheiße cashy das war absolut scheiße man toll ey oh gut langsam nicht dieses drehen das habe ich ja schon hundertmal gesagt cashy keine skills wenn du fünf leute um dich herum hast du hast komplett eingezingelt weg damit schön genau so genau so ganz einfaches spiel egal du du levelst noch der spiel egal du levelst noch alles gut ist das also so ich werde perfekt hingekommen dann zahlt sich das frühe stören aus mal gewinnen da oben der das ist die chance ja geblockt aber weiter genau hinschauen ja da ist platz jetzt gut gute verteidigung gute verteidigung man scheiße scheiße man cashy die bälle auch wirklich perfekt in zack nein das war scheiße von uns das war unser tor das war fehler wieder wieder ballverlust geht es hier quer über quer über cashy man man toll das spiel verkackt nur wegen dir jetzt ehrlich jungen der stand doch da komplett leeres tor alles ja so macht man das zwei gegen tor vor zehn spiel minuten wegen cashy man alter ich könnte kotzen gerade ehrlich das war auch lust mein gott halt da hätten wir so schön gewinnen können das spiel kannst rausgehen alter kann rausgehen brauchst kein weiterspielen mein gott alter jetzt wieso schön deine tore auf waren hast du auch das spiel verkackt gerade ehrlich das spiel die spiel hier beide mit offenem visier und dann ist der spielschlag auch keine überraschung mehr recordamos que los males de todo el estadio cuentan hoy con un 30% de descontos en refrescos in rindos calientes neuer da kommt die flanke gibt's doch nicht warum geht so ein ball nicht rein bei uns das war eine richtige Chance das kann nur der gegner solche Tore machen schießen ja das wäre der ausgleich gewesen aber wir haben es gesehen Glanzparade dennoch glaube Drogba das war gut klasse dieser wolle tolle schusstechnik am ende knapp unten und Okay die stand doch frei Stand ganze zeit frei ich gebe dir noch call und was machst du du bist tot alter der spieler bleib du vorne, äh, Paul, bleib vorne, bleib vorne, du kannst eh nichts erreißen hinten, die machen sie sowieso, Elfmeter, Junge, was ist das, Alter? Ja, Mann! Ja! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat, absolutes Traumtor! Nee! Sie kommen nochmal, weiter steht es hier, Remi. Und die letzten zehn Minuten sind ja angebrochen. Boah, hat er mich umgesammelt. Bitte Gott! Jetzt hat er den Schuss jedes Mal getroffen, ich weiß, warum er jetzt, oh, ich stand oben frei. 5 zu 5, was für ein unrealistisches Kack-Spiel, Alter. Ja. Gute Reingabe, vielleicht die Chance. Wenn es bei 5 5 bleibt. Ja. Doch noch eine Ecke, vielleicht machen sie hier doch noch das entscheidende Tor. So rennst du nicht, Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht, soll der Bot... Nein! So, jetzt kurze NRG wieder aufladen, damit ich ein bisschen noch... Abseits. Abseits. Da war er deutlich im Abseits. Scheiße, ich hab auch so den gedrückt. Hätte abbrechen müssen. Aber ich kann das alles nicht. So, wem gelingt jetzt vielleicht doch noch der Siegtreffer? Komm, wir kommen jetzt mit zurück. Alles führt das Unentschieden. Und erstmal geklärt. Ich bleib doch vorne für langer Ball. Keine Ahnung, Alter. Komm nach hinten jetzt. Weil wir schaffen keinen langen Ball mehr. Jetzt geht's zum Kopfball. Clashy. Ich bist so eng an dem Gegner. Mitte, Mitte. Mitte. Nein. Nein. Dicken früher. Egal. Unentschieden. Dicken früher. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Peschi, willst du noch eins oder nicht? Digga, ich geh pengen bei mir. Ja, lass uns schlafen gehen, Alter. Ja, Mann. Opa, ich hab einen Skillpunkt bekommen. Ein Tor, eine Vorlage. Digga, ich bin so gut zurückgekommen. Dann kommt das, Digga. Ja, egal. Du weißt, kann der dich böse sein. Aber das Spiel hast du verkackt, mehr oder weniger. Echt? Ja. Zwei Gegentore gegen deine Kappe, wo wir 4-2 geführt haben. Ist so. Echt? Ist so. Ist so. Echt? Ja, du, Cashy. Glaub mir. Digga. Ich hab Top-Tackler, ich hab Top-Scoreer, Digga. Was soll ich noch machen? Egal. Ich fordere zwei Bälle nicht. Die werden zu mir gespielt vom Torwart. Was soll ich da machen? Egal. Riecht dich nicht auf. Soll ich Torwart sagen, spiel Torwart oder was? Cashy, Cashy. Riecht dich nicht auf. Die zwei Tore gingen auf dich. Ist egal. Mach doch nichts. Brauchst du nicht sauer werden. Ist einfach so. Du musst akzeptieren. Du brauchst nicht deine Tore feiern. Die bringen nichts, wenn man 5-0 spielt. Du musst gucken, wo man besser wird. Ja, man. Das war echt krank. Aber das ist so FIFA. Keine Ahnung. Aber für ein letztes Spiel heute war das ganz gut. Immer in der Unentschieden. Ja. Kannst du mich mit einem Punkt zufrieden geben oder was? Genau. Paul war erstes Mal dabei. PS20. Der ist neu. Und ich weiß nicht, wie du denkst, Cashy. Aber ich bin soweit zufrieden. Auf jeden Fall erstmal für zweite Mannschaft. Und seine Hausaufgabe wird sein, äh, Skillen. Weil er hat stärker 18. Weil er hat Leveln. Ja, genau. Leveln ein bisschen. Und dann, wir müssen halt nur gucken, welche Position du spielen willst. Aber so einen großen Stürmer, der vorne abräumt, kann man eigentlich gut gebrauchen. Ich weiß nicht, was du sagst, Cashy, wo er spielen soll. Noch, noch kann man, noch kann man gar nicht sagen, welche Position du am besten bist. Weil, also mit der Stärke, die du gerade hattest, warst du im Sturm schon die stärkste Position, hätte ich gesagt. Mit dem Spieler, den du gerade hast. Ja. Aber ich weiß natürlich nicht, wie du auf anderen Positionen spielst, wenn ein Spieler geskillt ist. Ja, aber ich bin wirklich eher offensiv mit am stärksten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, ja. Wir brauchen wir auch. Ist ja alles gut. Weil, wenn ich jetzt defensiv gehe, da verkacke ich dann bloß, weil ich natürlich in vorne bin. Weil ich bin es gewohnt, vorne zu sein. Ne, du kannst ja auch offensiv. Wir müssen halt gucken, wir haben zwei Stürmer in der zweiten Mannschaft noch. Der eine ist auch eigentlich gut. Der ist dann nur runtergerutscht, weil, äh, ja, der ist nicht hingeschissen gekriegt, der Daumen hoch oder runter zu machen. Und deswegen haben wir den in die zweite gepackt. Eigentlich ist er ein sehr starker Stürmer, aber ich denke, wenn du dann geskillt hast, bist du auch ein kranker Stürmer. Für dich ist einfach nur Hausaufgabe erstmal leveln und dann können wir immer noch gucken, ob du jetzt Stürmer oder wo, welche Position hat. Auf jeden Fall offensiv. Äh, Flügel könnte ich ja auch theoretisch, so. Ja, ja. Aber du musst erstmal leveln, skilln, skilln, leveln. Ja. Ja, ich, ich mach gerade Skill-Training, ja. Ja, alles gut. Ja, perfekt. Cashy, was hast du? Was ist deine Meinung? Im Endeffekt musst du es entscheiden, wer reinkommt, Neko. Du bist der... Ja, du musst aber, ich mein jetzt über ihn so, wie was wir mit ihm machen können. Deine Meinung ist schon auch entscheidend, so, ne? Deine Cash, deine Meinung und das Maler halt. Ja, ich kann eigentlich keine Meinung abgeben nach meiner schlechten Leistung. Ja doch, musst aber. Das gehört dazu. Ist ja okay. Schau, dass uns, uns auch, so gesagt, auch das Unitschen gerettet, so, durch deine Tore, so. Ja, ja. Ja, passt schon. Ja, ich find's bloß mehr doof, Neko, ich sag, gut, zwei Tore gehen auf meine Kappe, so. Aber guck mal, wie viel ich auch verändert hab, wenn ich Bot gestellt hab, wenn ich Tore auf der Weg hab, das wird gar nicht gesehen, so. Nein, ich seh mal das Gesamtergebnis, weil das ist das Entscheidende, weißt du? Das musst du bei mir, das musst du schon, äh, wie sagt man das? Das musst du, so musst du mich schon kennen, dass für mich, im Leben ist für mich immer, jetzt weg von FIFA, immer entscheidend, was bei der Sache am Ende rauskommt. Nicht das, wie der Weg ist, weil es bringt mir nichts, ein geiler Weg, wenn man am Ende durch dasteht. Weißt du? Es bringt nichts, wenn du, wenn du der geilste Typ bist, aber am Ende vor die Wand läufst. Ja, aber im Endeffekt wird mir jetzt gesagt, dass ich alleine schuld bin, dass wir verloren haben. Die ersten zwei Tore gehen halt nicht auf meine Kappe, so. Was soll ich da machen? Nein, aber die entscheidenden zwei, also wo wir 4-2 geführt haben, bis 4-4 waren es deine zwei Tore. Ja, ich hab auch drei Tore bis dahin gemacht. Aber akzeptier das so einfach. Wieso akzeptierst du das nicht einfach? Wieso musst du diskutieren? Ist einfach so. Mein Gott, sag doch, ja, scheiße. Ich sag doch auch jedes Mal, wenn ein Gegentor ist, sage ich, ja, war mein Fehler, war meine Schuld. Ich hab doch gesagt, dass zwei Tore auf meine Kappe gehen. Ja, das ist doch gut. Dass ich alleine schuld bin, dass wir verlieren. Das geht doch nicht. Hat einer gesagt, dass wir wegen dir verloren haben? Oder hab ich gesagt, die zwei Tore gehen auf deine Kappe? Kannst du zurückgehen? Hab ich gesagt, wir haben wegen dir verloren? Oder hab ich gesagt, die zwei Tore gehen auf deine Kappe? Kannst du dir gerne angucken. Aber wir haben auch nichts verloren. Wir haben ohne Tore gespielt. Paul, dankeschön. Ja. Also auf jeden Fall bist du für mich, Paul, denk ich, machst auf jeden Fall Potenzial. Ist ja logisch, dass du erst in die zweite kommst. Ja, klar. Und das Entscheidende ist halt wirklich, wenn wir Trainings haben und so, dass du Daumen halt hoch oder runter machst, damit wir Bescheid wissen und vor allem planen können. Wie läuft Training eigentlich immer so ab? Ja, wie gerade wir gespielt haben, einfach nichts Spezielles. Einfach nur zusammen spielen, dass wir auch so zusammen reden, dass man sich kennenlernt, die Laufwege. Zum Beispiel, wenn ich alleine mit Cashy spiele. Wir spielen meistens, wenn wir gut raus sind, richtig stark. Wir wissen, ich weiß genau, wo Cashy langläuft und er weiß genau, wo ich langlaufe. Und da müssen wir hinkommen, wenn wir, sag ich mal, zusammenspielen mit mehreren Leuten. Ist natürlich schwieriger, je mehr Leute es ist, desto schwieriger ist das. Aber halt, wenn ich mit Cashy alleine spiele, ich höre, wir haben so rasiert. Wir haben mal einen Abend, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir gemacht haben, sie macht Spiele, wir haben jedes gewonnen. Aber wir wussten genau blind, wo der andere läuft quasi. Ja, also wenn ich Stürmer spiele, dann bin ich überall irgendwo. Immer kreuz und quer. Wichtig ist, das ist natürlich alles schwer, ich bin halt auch kein Profifußballer. Das sind halt so meine Wünsche, so ist es am besten, wenn einer den Ball hat, dass man immer sich frei macht, dass er eine Anspielposition hat. Das ist ja, ich kriege das auch nicht immer hin unbedingt, aber da müssen wir irgendwie so dran arbeiten. Also wenn, sag ich mal, Cashy oder wer auch immer den Ball hat, muss immer einer von uns Anspielpositionen, dass er freien Platz hat, so weißt du. Ja, aber sonst passt das alles. Und du musst halt ein bisschen skillen, ein bisschen leveln. Gell. Gut, ich werde erst mal streamen hier. Ich gehe dann noch eben kurz Discord quatschen. Auf jeden Fall B&S20, falls du noch da bist, danke dir fürs Zuschauen. Und ja, ich schaue bei Blatzen auf jeden Fall auch vorbei. Ich war jetzt krankgeschrieben und gehe wieder arbeiten. Und dann, ja. Warst du wirklich krank, oder? Nee, ich war richtig Grippe so halt. Influenza hatte ich, also wirklich starke Grippe. Ich hatte über sieben Tage, 39, 6 Fieber, richtig schlimm. Ja, ich kenne das Influenza, das hatte einer aus meiner Klasse auch. Wow, ganz schlimm war das. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen krankgeschrieben. Danke. Okay, B&S20, ich wünsche dir noch auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Und für die restlichen auch alle, die da waren, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht schon morgen. Ich denke, dass ich spätestens übermorgen vielleicht auch morgen sogar schon wieder streamer. Dankeschön, gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao, bis 20. Hau rein. Danke dir. hats Depending Hinzu! Vielen Dank.